Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 358 und nicht 357, wie ich es für ihn fälschlicherweise in der Ankündigung gepostet habe. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti. Gude und Grüße. Der Herr Marvin. Ahoi. Ahoi. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, wir wollen heute wieder reden über einiges an Fußballspielen, über eine kleine Fanfreundschaft, über vergangene Zeiten. Wir klären wieder auf, was ehemalige Spieler machen und wir haben vielleicht auch noch so ein bisschen Empfehlungs-Distas am Ende. Aber bevor wir soweit kommen, müssen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen über dieses Transfer-Thema sprechen. Da ist jetzt ja nicht so wahnsinnig viel passiert, aber diese Aussagen, die so rund um diese Causa-Rebic da irgendwie passieren. Die lassen einen so ein bisschen nachdenklich zurück, Stand jetzt. Ja, Aussagen, ja. Also die kann man halt vielseitig interpretieren, was mich so ein bisschen mehr irritiert als all die Aussagen, über die wir ja auch noch gleich sprechen können. Je nachdem, wenn ihr da zu nähere Punkte anführen wollt, ist die Tatsache, dass halt jetzt das Transferfenster nochmal eine gehörige Fahrt aufnimmt. Natürlich ist jetzt das englische Transferfenster geschlossen, weil es grundsätzlich mal eine gute Sache ist. Aber die Bayern suchen nach Verstärkung und so wie wir auch nach Verstärkung suchen, wollen die natürlich auch sehen, dass sie irgendwie einigermaßen ihre geplatzten Transfers kompensieren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, beziehungsweise, du hast ja auch schon ein bisschen gehört, ich habe es heute, jetzt eben gerade unabhängig von dem, was wir in unserem Chat geschrieben haben, auch nochmal gehört, dass da die Situation sich doch ein Stück weit verdichtet und auf der anderen Seite es auch so ist, dass Perisic, der leider nicht zur Eintracht, sondern zur Bayern geht, dass der anscheinend auch darauf besteht, dass er einen Partner im Tumdem hat. Aha. Ja, also wenn du dich auf die Aussagen beziehst, dann beziehe ich mich auf dieselben wie Marvin jetzt erstmal, das ist für mich, das liegt mir jetzt heute, seit wir es heute so ein bisschen durchgesickert ist, das liegt mir schon sehr schwer im Magen. Die Diskussion, dass er lustlos ist, das ist meine Güte. Ach, da bin ich gar nicht mehr darüber sprechen. Genau, da will man auch nicht mehr, was soll man da jetzt darauf eingehen, das zum hundertsten Mal besprechen und dass er da in den ersten halben Stunden, wie die ganze Mannschaft, wie der Costa übrigens auch, nicht allzu gut gespielt hat und vielleicht den einen oder anderen Ballverlust hatte, der dann am Nachklang nicht so gut aussah, ist alles geschenkt. Ich glaube, dass man auch schnell merken wird, dass diese Diskussionen wirklich Luxusdiskussionen waren, wenn wir jetzt wirklich darüber diskutieren, dass er die Eintracht verlässt. Das würde, wir haben die ganzen letzten Wochen über so einen, ja, wie haben wir es genannt, so einen Anzündungstransfer oder so, also so einer, der richtig Feuer nochmal legt, haben wir geredet. Und das wäre genau sowas im negativen Sinne. Also das würde jetzt, was haben wir heute, heute ist Dienstag, oder? Heute ist Dienstag der 13. Ja, fünf Tage vom Bundesliga-Start wäre das schon nochmal ein Schlag in die Magengrube, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und mich beschäftigt das mehr, als es sollte, weil ich tatsächlich große Angst habe, dass Trebic und das, A, dass er geht, ist schon schlimm. Wenn er dann noch zu Bayern geht, das wäre wirklich ein kleiner Downer, den ich jetzt irgendwie in meine anfängliche Eintracht-Pokal-Bundesliga-Start-Euphorie bekommen will. Ja, nachvollziehbar wäre jetzt nicht so unbedingt der Gegner, wo man sich drüber freuen würde. Also da wäre es mir in der Tat auch irgendwie lieber, wenn er ins Ausland geht, aber direkt zu den Bayern. Naja, es wäre absolut desaströs. Es wäre ein vollkommen falsches Zeichen. Und ich muss halt auch sagen, die Eintracht hat ja schon öfter mal mit den Bayern gearbeitet, natürlich auch nicht in wirklich positiver Hinsicht. Wir erinnern uns alle an die ganze Kovac-Sache. Ich habe vor einem Jahr irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass die Situation gerade mit Trebic und Bayern relativ heiß wird. Das hat sich ja dann, ja, erstmal nicht erhärtet. Jetzt scheint da doch so ein bisschen mehr dahinter zu sein. Ich habe so das Gefühl, dass es sich wirklich auch finalisiert, aber ich würde es halt absolut beschissen finden, weil aktuell, das klingt ein bisschen krass, aber es hat halt zwei negative Komponenten. Auf der einen Seite stärken wir den Konkurrenten, das kann man schon mal so sagen. Ja, naja gut, ganz ehrlich, die Bayern sind momentan kein absolutes Top-Team. Ja, natürlich können die jederzeit Meister werden, aber wenn die Bayern ein bisschen Pech haben, dann kämpfen die plötzlich nur noch um die Champions League und nicht um die Meisterschaft. Und man kann ja anwitzen, wo man will. Ja, und dann auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich halt auch einfach echt keinen Bock habe, dass der ausgerechnet dahin wechselt. Also ich meine, wenn es irgendwie so heißt, okay, von mir aus, der geht nach Italien, hinter meiner Pipapo von mir aus, damit lasse ich noch mit mir reden. Und zum Dritten ist es noch so, dass der Zeitpunkt voll für den Arsch ist. Wir haben aktuell keinen der Stürmer, von denen wir gedacht haben, dass wir vielleicht jetzt schon kommen können. Das kann sich alles verzögern. Ich weiß um die Schwierigkeiten dieses Transphärmarktes aktuell. Ich weiß, dass Bobic, glaube ich, einen sehr, sehr diffizilen Job aktuell hatte. Ich meine, wir haben ja letztens drüber gesprochen, können wir vielleicht auch nochmal näher ausführen, aber über die ganze Ballotelli-Causa, wo ich schon ausgelacht wurde, weil ich Ballotelli ins Spiel gebracht habe. Fakt ist aber, die Sache war ziemlich heiß und die ist nur wegen ein paar Kleinigkeiten offensichtlich gescheitert. Ja, okay, dann muss ich sagen, ja, der eine freut sich, dass es gescheitert ist, der andere freut sich nicht. Alles gut und schön, aber faktisch war das eine Option, ein Plan, der nicht eine Füllung gegangen ist und jetzt stehen wir da und müssen neu sortieren. Und das ist echt ganz schwierig. Es wirkt so ein bisschen, als bräuchte man jetzt einen Notfalltransfer dann und das ist für mich wieder so eine Situation, Marvin, da bin ich voll bei dir. Das ist so dieses, was mich total ärgert, dass du nicht im Endeffekt, wenn du jetzt schon ein oder zwei Spieler geholt hätten, die vielleicht nicht dieser Königstransfer, wir haben ja immer gesprochen von, im Idealfall holen wir drei Stürmer, wenn dann Rebic noch geht, etc., etc. Jetzt bist du vor der Situation, du hast überhaupt keinen geholt für vorne bis jetzt. Du hast im Endeffekt noch einen Abgang, eventuell, Stand jetzt ist er ja noch, wie immer so schön gesagt wird, Eintracht-Spieler, aber die Aussagen sind schon auch sehr, wenn es dann auch im Vergleich in einem Satz sprichst du dann, ja, wir sind uns sicher, dass er eigentlich zu 100 Prozent zu Eintracht steht, aber das haben wir bei Jovic und bei Haller auch so gesehen. Das heißt also nicht, dass er zu 100 Prozent bleibt. Ist eine Aussage, finde ich, auch sehr schwierig, gerade zu der jetzigen Situation, die mir auch Magenschmerz macht. Auf der anderen Seite ist aber natürlich so, du hast jetzt keinen Spieler geholt, du hast auch nicht diese, sag ich jetzt mal, Grundlage geschaffen, um zumindest einen oder zwei Stürmer zu haben, mit denen du zumindest den Anfang der Saison oder in der Saison generell spielen könntest. Jetzt haben wir immer von einem Königstransfer noch geträumt. Jetzt muss man ja wirklich sagen, wir können ja in Anführungszeichen jetzt froh sein, denn auch der Marktpreis wird sich für die Spieler, wenn die merken, ja die Eintracht hat jetzt noch einen abgeben, die haben so eine Not da vorne drin, wird ja alles nur noch teurer, noch schwieriger, die Gespräche werden noch schwieriger. Vielleicht haben auch Spieler Lust gehabt und haben gesagt, wow, mit einem Rebic, da hätte ich Bock zu spielen, weil der ist immer heiß drauf und Dings. Ich weiß jetzt nicht, wie da auch die Gedankenspiele sind, gerade wenn Perusic auch sagt, ja, ich brauche einen Duettpartner, den hast du ja dann auch hier wieder nicht. Also das ist dann wieder schwierig. Also wenn auch einige Transfers vielleicht dann auch daran so ein bisschen, ich will erst wissen, was ist mit Rebic, was ist da los, ist eine super dämliche Situation, die man meiner Meinung nach, klar, wahrscheinlich sind einige Transfers geplatzt, sonst hätte man schon was berichtet bekommen. Auf der anderen Seite bin ich gespannt, was da jetzt noch kommen soll. Also ich habe auch ein bisschen Magenschmerzen, Leute. Was mich am meisten, was das als am meisten nicht, aber was mich auch echt abfuckt, so ein Aspekt, den man dann vielleicht auch mal mit Kovac sogar so ein bisschen vergleichen kann, dass, wie du es schon gesagt hast, Dennis, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt und das war mit Kovac genauso. Ja, aber das interessiert die Bayern nicht. Bayern einigt sich nicht, die machen mit Tuchel rum, dies, das und dann fällt dir nichts ein und dann kommt, ach komm, holen wir Kovac. Genau das Gleiche passiert uns jetzt. Wir leiden quasi unter diesem dilettantischen Verhalten, was da wirklich seit den letzten ein, zwei Jahren irgendwie herrscht, dass die überhaupt nicht wissen, was die wollen, weil für uns wäre es viel besser gewesen, wenn Bayern einen klaren Plan gehabt hätte und hätte vielleicht im April schon bekannt gegeben, ja, wir holen Rebic, weil das ist unser Plan und wir verfolgen hier den und den Plan, was weiß ich, was die da machen. Dann hast du auch viel, viel bessere Planungssicherheit als statt fünf Tage vom Bundesligastart. Die Bayern-Platte auf die Dirkung würde ich sagen, nee, das verletzt dich, was machen wir denn da, ach komm, holen wir mal den Perisic und dann holen wir noch einen Rebic, dann holen ich noch jemanden. Das nervt mich hart, ehrlich gesagt. Also mich nervt das hart, weil wir trotzdem wieder da so ein bisschen drunter leiden, dass die uns trotzdem, wenn die Bock haben, jeden wegholen können, aber selber keinen Plan haben, der dann quasi uns auch noch irgendwie mit reinzieht im Sinne von, okay, diese Kurzfristigkeit, die jetzt halt da ist, zu sagen, ey, wir spielen in fünf Tagen erste Bundesliga gespielt, Rebic hat jetzt drei Tore geschossen und jetzt fällt dem hässlichen Brat zu ein, ich will denn doch den Rebic haben, nachdem, wie Marvin es schon gesagt hat, also die Nummer hätten sie schon lange fresh machen können und es gab die Gerüchte, dass Rebic nicht zu Bayern geht, weil sie nicht sicher ist, was mit Kovac ist. Ich glaube, in München ist sich gerade selber niemand sicher, was da überhaupt los ist. Die haben, fahrt euch jetzt mal rein, die haben seit zwei Jahren mindestens das Bewusstsein, gesehen, dass die Robben und Ribéry ersetzen müssen. Wenn man sich dann überlegt, was letzten Sommer kommuniziert wurde von wegen, ja, wir machen jetzt hier nochmal, geben wir nicht viel Geld aus und brettern dann nächsten Sommer richtig einen ab. Also, ich mache das sprachlos, wie unprofessionell dort gearbeitet wird, muss ich ganz ehrlich mal sagen, auch wenn natürlich jetzt das mit Rebic noch nicht sicher ist und die natürlich auch alles Recht haben, bis zum Ende der Transferperiode Spieler zu kaufen. Wenn die Rebic holen, dann können wir nichts machen, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, wenn man jetzt wieder persönlich betroffen ist, wie krass, was in München los ist, muss ich sagen. Also, das finde ich wirklich nichts mehr mit dem FC Bayern zu tun, der wirklich vor ein paar Jahren mal da aktiv war, weil das wirkt für mich arg planlos und jetzt sind wir halt die Betroffenen von dem Kram, wie ich tatsächlich ehrlich gesagt verfürchte. Ja, das ist genau das Ding. Also, und das Lustige ist, lustig in Anführungsstrichen, wir hatten ja halt bereits, glaube ich, vor zwei Monaten oder so, vor anderthalb auch mal darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, okay, man merkt diese Planlosigkeit und am Ende des Tages kommen dann die Bayern und verpflichten uns Rebic weg. Das hatten wir ja schon mal im Spaß, hatten wir das ja schon mal gesagt, weil das genau das Szenario ist, dass du dann halt am Ende siehst, wo ein bisschen Hoffnungs- beziehungsweise Planlosigkeit der einzelnen FC Bayern irgendwie vorherrscht und das ist halt der Entgeltwedler, der funktioniert halt noch und das kann halt genau das sein, was uns ein bisschen zum Nachteil erreicht. Das kann in anderen Situationen unproblematisch sein, wenn du besser vorbereitet bist, momentan ist es halt, und da mache ich, muss ich ganz klar sagen, auch den Verantwortlichen überhaupt keinen Vorwurf, weil das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, die Voraussetzung, zwei gewichtige Transfers überhaupt erstmal abzufangen, abzufedern und damit was Neues zu kreieren, ist enorm schwierig und Jovic natürlich und noch viel mehr Allaire. Diese beiden so zu ersetzen, auch, die haben ja natürlich anscheinend auch intern, glaube ich, ein bisschen für Unstimmigkeiten gesorgt und, also keine Ahnung, was man so hat, Allaire-Abgang von einigen dann doch relativ verwunderlich, will ich meinen, kann ich übrigens auch nachvollziehen, haben wir ja schon drüber gesprochen, wie dem auch sei. Und jetzt irgendwie zu sehen, den Kader zusammenzuhalten und auch noch zu verstärken, ist eine Riesenaufgabe und da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut, aber es ist auch gleichzeitig halt einfach eine scheiß Situation, wenn dann jetzt noch irgendwo anders angeklopft wird. Und da muss ich aber auch mal sagen, wir kommen ja dann auch gleich noch zu dem Mannheim-Spiel, ich finde, das sollte man nicht alles mit der Körpersprache nicht überbewerten, wir haben bei Fußball 2000 darüber gesprochen, ich will auch gleich im Laufe dieser Sendung auch noch ein bisschen näher dahingehend ausholen, will nur kurz sagen, man hat am Ende gemerkt, welche unfassbare Qualität ein Ante Rehwitsch hat und diese Qualität, ja, trotz einer gewissen Wankelmut, will ich meinen, auf die will ich nicht verzichten. So sieht's aus. Schauen wir mal, was da passiert, wenn dann, hoffen wir mal, dass es relativ schnell jetzt dann über die Bühne geht, dass man zumindestens Klarheit hat, weil diese Ungewissheit, die dann da immer irgendwie rumwabert, die ist halt auch nicht förderlich. Das sind genau diese Szenarien, die uns jetzt bevorstehen. Die Gerüchte fangen jetzt an, wir wissen nicht, es gibt jetzt verschiedene Sichtweisen zu sagen, ey, wollen wir, dass das morgen durch ist, damit wir es wissen und übermorgen kommt Daniel Sturridge, was weiß ich, oder hoffen wir, dass, wenn sich das rauszögert, dass Bayern sich vielleicht noch einen anderen Plan überlegt und dass vielleicht dieser Partner, den Perisic haben will, vielleicht Manchukitsch ist, zu sagen, okay, wir brauchen auch einen Lewandowski-Backup. Keine Ahnung. Ja, ist halt echt die schwierige Frage, was uns da halt am Ende irgendwie dann mehr hilft. Also ob jetzt gerade, um jetzt auch entspannt in die Saison reinzustarten, ob das so geil ist, jetzt irgendwie noch zwei Wochen komische Gerüchte da irgendwie aushalten zu müssen. Was ich auf keinen Fall glaube, ist, dass dieser Nottransfer passiert, den Dennis da gerade eben angesprochen hat. Also ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen auf unserer Seite, die sind nicht planlos, die haben, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen drei und sechs Plänen in der Schublade, die die da rausziehen und die werden jetzt nicht hastisch über den Ecktisch da irgendwie diese Woche noch irgendeinen Spieler verpflichten, sondern die werden sich das sehr genau überlegt haben und da jetzt sehr besonnen agieren, weil die haben einen Plan. Das ist dann vielleicht bei mir ein bisschen falsch rübergekommen, Nottransfer. Nottransfer war eher in der Hinsicht gemeint, die Aussage von Bobic war ja, es kommt auf jeden Fall noch ein Stürmer und zwar vor Sonntag, glaube ich, oder so irgendwas. Das war auf jeden Fall so eine Aussage, wo ich sage, okay, entweder es ist wirklich schon alles in trockenen Tüchern und es wird hier vorne nicht so richtig erzählt oder es wird noch ein bisschen verhandelt. Meiner Meinung nach ist nur, der Nottransfer ist, die Situation kann sich ja jetzt komplett geändert haben durch eben die Gerüchte mit Rebic etc. Das heißt, es kann sein, dass die anderen sagen, wir wollen den Spieler jetzt doch halten, du dann doch unnötig viel Geld in die Hand nehmen musst für einen Spieler, weil du brauchst einen Stürmer, du kannst nicht mit Paciencia und Jovelic vorne spielen und Rebic verkaufst auch noch, dann wird es schwierig. Das heißt, du musst auf jeden Fall noch einen holen. Und dann wird es natürlich, das ist mit Nottransfer von mir gemeint gewesen, vielleicht Geld für einen Spieler ausgeben und die Hand nehmen, die ja gar nicht wert ist, einfach nur um einen Spieler dann am Ende im Kader zu haben, der zumindest irgendwie, ja, sagen wir mal, zehn Tore plus da vorne schießen kann. Das ist, denke ich, auf jeden Fall dann so, dass es halt sein muss, ne? Da bin ich auch auf der Seite, da muss man das Wort Nottransfer halt verschieden interpretieren, weil trotzdem ist es für die Eintracht ein Nottransfer in dem Sinne, natürlich kann man jemanden auf dem Zettel haben, wäre auch fahrlässig, wenn man das für Rebic nicht hätte, weil diese Gerüchte gibt es schon immer. Nur ist es in dem Sinne ein Nottransfer, weil ja wahrscheinlich trotzdem eher Rebic hätte es behalten wollen und dann einen anderen Plan aus der Schublade holen willst. Und was mich ein bisschen unruhig macht, ist, dass wir auch schon gemerkt haben, dass in diesem Sommer auch viele Dinge haben nicht funktioniert. Also Marvin hat es angesprochen, wenn der Plan wirklich konkret war, Boateng und Balotelli zu holen, die sind jetzt nicht da, ist aber auch kein anderer da. Max Kruse ist auch nicht da. Nicht, dass ich jetzt unbedingt diese Spiele hätte haben wollen. Ich sage nur einfach, dass ob zeitlichen Ablauf her, das trotzdem nicht ideal ist, dass so fünf Tage vor die Bundesliga losgeht, dein Erststürmer Nummer eins nicht da hast. Und wenn jetzt Rebic auch noch geht, dann ist das trotzdem keine ideale Situation. Und natürlich hat Marvin recht, wenn er sagt, das ist eine schwierige Situation. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Schuldfrage komplett ausblenden, ist das keine ideale Situation, gerade im Sturm. Muss ich ehrlich sagen, bei allem Respekt vor Patienz, ja. Er ist weiterhin nicht mein Stürmer Nummer eins. Und wenn Rebic jetzt noch geht, würde mich das schon ein bisschen nervös machen, weil so eine Bundesliga-Saison geht auch schneller los, als man denkt. Also du bist dein erster Spieltag, zweiter Spieltag, ein Transferfinder zu dritter Spieltag, der neue Stürmer kommt, spielt vielleicht nicht direkt, zack, sind fünf Spiele um. Du hast dann auch europäisch gespielt und hängst dann, wenn du Pech hast irgendwie, weil du halt auch merkwürdige Auswärtsspiele teilweise hast, da hängst du halt so ein bisschen da rum. Ich habe einfach keinen Bock, dass die Eintracht den Bundesliga-Start verschläft, weil wir haben es ja hier schon, als wir über den Spielplan geredet haben, schon gesagt. Das ist trotzdem wichtiger, als man vielleicht in der Situation dann noch denkt. So die ersten Spiele irgendwie kannst du schon dich irgendwo zumindest im Mittelfeld festbeißen, dass du dann wirklich, und den Herbst werden wir, glaube ich, diesmal wirklich erleben, dass du diesen Durchhänger leicht verkraftest. Und diese ganzen Dinge, die jetzt noch passieren, tragen dazu nicht bei. Es ist echt, mich nervt das hart. Weil ich eigentlich so geil, Mannheim haben wir noch gedreht und Pokal, du siehst es bei anderen Bundesligisten, und jetzt, ja, guckst du nach rechten Auge irgendwie in die Ausfahrt Rebic und denkst, fuck, Alter, so von wegen, keine Ahnung. Wir hätten uns das ja wahrscheinlich noch gefallen lassen, dass wir gesagt haben, ey, wenn jetzt noch zwei Wochen irgendwie rumgegeiert wird wegen dem, noch ein Stürmer, dann ist wenigstens Rebic da. So, keine Ahnung, dann spielt er mal mit Rebic und Pacencia oder Rebic und Kamada oder Juwel spielt eine zweite Halbzeit, das wäre ja schon gegangen. Wenn Rebic jetzt noch geht, da müsste ich erst mal schlucken. Also, muss ich schon sagen, wenn wir jetzt das Heimspiel gegen Hoffenheim mit Pacencia und Juwelitsch bestreiten würden, fände ich das überhaupt nicht ideal. Gerade weil, wenn du dann neue Stimmen holst, die sind ja auch dann erst mal hier. Also, die kommen ja nicht rein und sagen, Gude, ich spiele sofort mit, klappt sofort alles, Trainer kenne ich, alles gut, Pam. Ist ja meistens nicht so. Ja, genau. Ja. Völlig ausgeblendet. Sorry, Marvin. Nö, nö, alles gut. Dennis, mach ruhig weiter, danke dir. Ja, was wir ja hier völlig ausblenden, ist noch die Situation Formtief und Verletzungspech, was du ja auch noch haben kannst. Also, sowieso den Kader mit schon einem Superstürmer zu, oder einem Favorite-Stürmer Nummer eins, der im Endeffekt funktioniert, ist ja schon super gefährlich. Das ist ja auch die Situation, die wir sehen, dass bei Bayern wohl alle, oh Gott, Lewandowski hat sich gerade an den Knöchel gegriffen. Wir sind eigentlich am Arsch, weil wir keinen Ersatz haben. Das ist ja so eine Misere, da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ich habe, wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, wir haben ein bisschen Ausmal. Wir können vielleicht auch mal, gerade das, was wir eigentlich gehofft haben in der Saison, dass wir vielleicht mal ein bisschen das System, den nächsten kleinen Schritt, dass wir vielleicht mal zwei Systeme spielen können, dass wir nicht so leicht auszuschauen sind. Jetzt bin ich froh, wenn wir ein System haben und ein Stürmer geil ist und der dann auch noch verletzungsfrei bleibt und im Idealfall noch eine gute Form hat. Aber das sind schon sehr viele, wenn, 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 dann bin ich zufrieden. Das ist wirklich ein bisschen kotzig. Und wenn ich dann noch die Situation sehe, dass am Ende vielleicht noch ein Stürmer ist, den ich da auf jeden Fall gar nicht als Nummer eins sehen will, dann muss ich wirklich sagen, das kann eine heiße Saison werden, auf jeden Fall. Also hoffen wir einfach mal, dass jetzt einfach alles klappt noch. Und die Sache ist halt die, und jetzt nochmal ganz kurz dazu, ich finde, dass der Kader, wie der von der Eintracht momentan zusammengestellt ist, der gefällt mir echt gut. Ich finde, wir haben eine große Anzahl von wirklich super Backups, über die wir ja auch gleich noch sprechen werden, wo ich sage, okay, jeder hat so seine eigenen Qualitäten. Mir geht es aber auch so ein Stück weit darum zu sagen, dass ich im Sturm einfach Leute sehe, die gut sind und wo ich auf jeden Fall allein aufgrund der Länge dieser Saison fest davon ausgehe, dass jeder zu seiner Einsatzzeit kommt. Aber die Dichte da vorne ist mir einfach zu gering. Und gleichzeitig will ich auch auf jeden Fall vermeiden, dass Jero Willi jetzt in die Drucksituation gerät und jetzt als Stürmer Nummer zwei schon performen muss. Und das ist mir halt einfach ein Stück weit zu viel. Deswegen wünsche ich mir zum einen ein Rebic Verbleib. Irgendwie, vielleicht ist es irgendwie möglich. Ich glaube, er hat eine sehr große Fan-Community hier bei der Eintracht. Ich glaube, das hat über die Jahre auch aufgrund seiner unfassbaren Verdienste hat wirklich gut funktioniert. Ich wünsche es mir, dass er doch bleibt und dass wir da noch einen mindestens dazu bekommen, der ein bisschen mehr Breite, und so viel Breite ist es nicht, ein bisschen mehr Breite reinbekommen. Weil, wie gesagt, so viel Breite ist es gar nicht. Da vorne sind wir durch einige Abgänge echt dünn besetzt. Gerade in der Spitze. Wir haben auch in der Jugend niemanden, den wir ranziehen können. Nikolai Müller wird, da muss ich jetzt gar kein Wahrsager sein, der wird nicht mehr spielen. Das heißt, du hast mit Rebic, Patienza und Jovelli jetzt nur drei Stürme aktuell im Kader. Und das ist einfach ein bisschen zu wenig. Ja, klar. Du musst halt immer davon ausgehen, dass einer mal irgendwie verletzt ist, dass einer gerade irgendwie nicht so einen geilen Lauf hat. Dann wird es halt schon eng. Dennis? Nee, danke mal wieder. Das ist genau das eigentlich. Noch mal schön auch noch mal die ganzen Punkte, die wir eigentlich jetzt hier auch so versucht haben, so ein bisschen rauszuarbeiten, noch mal super zusammengefasst. Genauso finde ich es auch, dass es entsprechend der Kader generell, und da nur damit auch, das ist ja auch immer wichtig, dass die Leute nicht sehen, oh, die meckern hier auf höchstem Niveau. Die können doch froh sein, dass sie so einen Kader haben. Der Kader ist generell geil. Und auch wirklich, gefällt mir wirklich an ganz vielen Stellen super gut. Aber wie du es gesagt hast, Sturm, tatsächlich ein Sorgenkind. Und wir wissen es, wie es ist. Du brauchst im Endeffekt vorne auch ein bisschen Alternativen, damit du auch mal ein Formtief, damit du mal ein Verletzungspech, damit du auch mal einfach ein System umstellen kannst. Und das sehe ich momentan auch noch nicht. Und ja, da wird es halt schwierig, tatsächlich die Punkte zu holen, die wir uns in der nächsten Saison wünschen. Schauen wir einfach. Genau, und das Gute ist halt, wir wissen es ja jetzt schon. Das ist ja das Gute, weil wir haben jetzt schon so viele, also nicht so viele, aber wir haben jetzt schon ein paar Pflichtspiele bestritten. Das sind jetzt, glaube ich, vier Pflichtspiele, also dreimal Euroleague, einmal genau, dreimal Euroleague-Quali, einmal Pokal. Wir haben jetzt schon vier Pflichtspiele bestritten und haben da schon festgestellt, ja, okay, Impatienz ja zu Hause komplett geregelt. Aber so hier und da, das ist noch so ein bisschen zu wenig. Da fehlt noch ein bisschen mehr Durchsetzungskraft. Vielleicht am Boden, Impatienz ja nicht genauso gut wie in der Luft. gesagt, ja, vielleicht müssen wir da noch was tun. Und genau das ist der Punkt. Wir wissen es, wir rennen, also erstens nicht sehenden Augen ins Messer, das glaube ich nicht, weil die Verantwortlichen wissen, was da ist. Auf der anderen Seite sind wir ja nicht unwissend. Da muss halt jetzt nur gehandelt werden. Aber da habe zumindestens ich das Vertrauen, dass, wie gesagt, man da die Pläne in der Schublade hat und, glaube ich, da auch bei dem einen oder anderen mit den Gesprächen schon relativ weit ist, wie du schon gesagt hast, bei dem Thema Balotelli und Boatengen war man ja schon relativ weit, da hat es nachher an Kleinigkeiten irgendwie gelegen. Und ich glaube, dass man da mindestens noch eine andere Alternative gerade eben hat, wo man auch schon relativ weit ist. Also ich glaube, wenn ein Bobic sagt, da passiert noch irgendwas jetzt in naher Zukunft, dann vertraue ich dem mehr, als wenn sich ein Hoeneß hinsetzt und sagt, wenn sie wüssten, wen wir schon alles verpflichtet haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber lasst uns mal, ja, sorry, Basti, wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte nur, Baulio Hoeneß, lass ich mal. Ich merke schon, du bist schon langsam in Fahrt. Heute habt ihr ja 3,90 Aufnahmen, die kommt dann wahrscheinlich auch heute oder morgen Nacht oder so. Also da geht es dann wahrscheinlich auch weiter. Aber der Chancentod hat uns bei Twitter geschrieben. Und da wollte ich jetzt nochmal gerade in die Runde nehmen, wenn wir schon über... Wenn wir schon über Stürmer reden, dann nehmen wir ihn jemanden, der Chancentod heißt mit rein. Genau das. Und der hat gesagt, bis ihr Manager spielt, wenn ihr 20 Millionen Ablöse als Eintracht hättet, welchen Stürmer würdet ihr verpflichten? Was kostet der Dolberg da von Ajax aktuell? Könnte sich in dem Bereich bewegen. Gell, dann hätte ich gern den. War das jetzt zu schnell? Nee, nee, nee. Also ich denke drüber nach... Ich überlege nur, weil Stürich würde keine Ablöse kommen. Stürich würde keine Ablöse kosten. Deswegen hätte ich den jetzt in meine Betrachtung nicht mit reingezogen. Fände ich auch einen mega geilen Transfer. Wenn der Verletzungsfall bleibt, wäre das echt. Aber wenn der vertragslos ist, dann kostet er ja nichts. Und dann könnte man einen Kaspar Dolberg auch noch holen, wenn man noch 20 Millionen hat. Aber dass Kaspar Dolberg andere Ziele hat als der Eintracht. Ja, aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war, wenn ich 20 Millionen habe, wen würde ich holen? Und das wäre in der Tat meiner, der mir in der Preisklasse momentan einfällt, wo ich sagen würde, fände ich unfassbar gut, wenn der bei uns kickt. Okay, dann würde ich versuchen, im einigermaßen realistischen zu bleiben. Und ich würde Galetan Laborde ganz interessant finden. Der zuletzt auch bei Laborde, Galetan Laborde letzte Saison auch bei Bordeaux gespielt. Nee, vor der Saison. Letzte Saison bei Mopillier und hatte einigermaßen einen ganz guten Torriecher, muss ich sagen. Das würde mir gar nicht so schlecht gefallen, würde ich meinen. Also das wäre eine ganz interessante Option. Da gab es auch mal Gerüchte um den. Das ist jetzt kein Transfer, wo du sagst, aha, aha, aha. Aber das ist auf jeden Fall ein Transfer, wo du denkst, interessant, da könnte die Eintracht trotzdem weiterbringen halt. Ja. Ich habe noch einen ablösefreien, Lorenz hat, glaube ich, auch keinen Vertrag, ist zwar schon 33, 34, aber meine Güte für ein Jahr. Könnte man ihn auch nehmen. Ich habe gestern im Scherz gesagt, wenn die Eintracht Manjukic oder Dzeko holt, dann spiele ich nur noch Nacktfußballgolf und dabei bleibe ich. Ja, geil. Manjukic wäre natürlich auch ein geiler Transfer. Ja, das wäre auch geil, ja. Das Ding ist, Basti will einfach so Nacktfußballgolf spielen, wie sie wundern. Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir auch so irgendwie hin. Aber dann hätte ich, glaube ich, leichtere Transfer-Targets genommen als Dzeko und Manjukic, wo ich bei beiden damit nicht rechne, dass sie kommen. Aber wir dürfen ja Manager spielen, von daher. Ja, ist ja lustig. Momentan gibt es ja so viele Gerüchte. Ich meine, ich weiß noch, als irgendwann zwischenzeitlich mal der Morelos von Glasgow irgendwie ein heißes Eisen war mit einer fabelhaften Ablösesumme, dann haben wir ja jetzt zuletzt aber gab es irgendwie mal Bas Dost oder so. Ja, auch ein Spieler, der ja anscheinend irgendwie weg könnte. Also da tut sich so viel und alles sind gute Nummern. Also sowohl der eine als auch der andere. Ich glaube, dass zum Beispiel der Morelos, er ist halt ein kranker Typ. Also der würde halt auf jeden Fall zünden. Der hat jetzt auch schon in der Euroleague-Quali wieder fünf Tore in fünf Spielen geschossen. Also das ist ein absoluter Brech. Er spielt gerade bei Glasgow Rangers, die ja, naja, nicht ganz oben anzusiedeln sind auf dem internationalen Parkett. Vielleicht kann man da nochmal eine Aktion starten. Wer weiß es schon. Aber das wären alles halt richtig geile Nummern. Vielleicht würde ich sogar den sogar noch eher verpflichten als den angesprochenen Franzosen. Naja. Also das ist die erste Frage. Genau, genau. Aber jetzt mal weg von den 20 Millionen Ablöse. Wie steht ihr denn zu diesem Toson-Gerücht eigentlich? Cenk Toson zur Eintracht, und eventuell Zwiegespalten wäre meine Antwort. Ja, die würde ich auch übernehmen dann. Okay. Einfach, weil er verletzt ist oder einfach, weil er vom vom Für mich ist das nicht der Stürmer-Typ, den wir brauchen, meiner Meinung nach. Nee, hätte ich jetzt auch nicht hätte ich jetzt auch nicht. Ein bisschen mehr Körper. Ja. Ein bisschen mehr Wucht. Ist sicherlich auch ein guter Kicker und man hat ja auch eine gewisse Eintracht-Vergangenheit, aber wäre jetzt auch nicht der, wo ich jetzt mir die 10 bis 15 Tore jetzt da großartig von erhoffen würde. Also die Sache ist die, du kannst ja wunderbare Geschichten mit dieser ganzen Kauser erzählen. Auf der einen Seite ist Cenk Toson jemand, der immer den Fokus immer noch auf der Eintracht hatte, der ist weggegangen, weil verantwortliche Knallköpfe, das muss ich mal ganz klar so sagen, nicht seinen Wert erkannt haben in der Zeit, in der wir kaum wirklich gute Stürmer hatten. Er ist dann weggegangen, die Türkei hat sich da neu erfunden, ist dann zu einem Stammspieler, und dann zu einem Nationalspieler geworden, hat bei Besiktus wunderbar guten Fußball gespielt und ist wirklich auch zu einer Größe geworden, ist dann nach England gegangen. Aber bei Everton muss man halt auch sagen, hat es zuletzt einfach nicht funktioniert. Natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und er ist halt, und das ist genau der wichtigste Punkt, den Bassi eben angesprochen hat, halt nicht der Brechertyp, bei dem ich mir vorstellen kann, dass es genau unser Mann ist. Der ist, glaube ich, 1,81 Meter oder 1,83 Meter, ist eher schlagsig unterwegs. Also nicht so ganz körperlich krass. 1,83. 1,83 siehst du mal um zwei Zentimeter. Das ist nicht bullig genug teilweise. Nee, ist nicht so genau das, also gerade wenn ich denke, dass Allaire jetzt weggegangen ist, von der warte, da wirst du kaum einen anderen finden, da passen auch die anderen Spiele nicht in die Kategorie, die ich angesprochen habe. Ich glaube, Morales ist, glaube ich, noch viel kleiner, Morelos ist noch viel kleiner, aber hat noch andere Durchsetzungsfähigkeiten, mehr Tore erzielen in der letzten Zeit. Und deswegen, ich würde die Geschichte irgendwie lustig und gut finden. Vor ein paar Jahren hätte ich das total gefeiert. Auch vielleicht unter anderen Umständen würde ich das heute noch feiern, aber jetzt so als, und er ist ja ein Stück weit dann der Heilsbringer. Das hört sich jetzt ein bisschen zu krass an, aber in dieser Position liegen viele Hoffnungen. Und ich will diese nicht enttäuscht sehen. Morales ist 1,77. Sehr schön bei Transfermarkt geguckt. Wenn er der Zweite wäre, also wir müssen ja darüber sprechen. Ja, das könnte ich mir wiederum vorstellen. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass Rebic geht, brauchen wir zwei, da sind wir uns einig und die müssen auch beide vom selben Kaliber sein. Das ist echt eine heikle Geschichte. Die ganze Zeit sind wir davon ausgegangen, dass Rebic bleibt und die Verantwortlichen auch und haben trotzdem gesagt, es kommt noch ein Brecher. Und wenn die tatsächlich mit Balotelli verhandelt haben, dann hatten die das ja auch vor, zu sagen, okay, du willst einen Ankerpunkt da vorne noch haben, Rebic kann auch mal ein bisschen auf die Außen ausweichen, blablabla, zu Not, auch auf der Zehn spielen, wie wir gesehen haben. Und Rebic geht jetzt. Dann brauchst du vorne Zweikracher. Dann kannst du sagen, okay, dann holen wir Tosun und Sturridge zum Beispiel. Oder, oder, also. Dabei. Weil dann ist Tosun einer, wenn er dann der Zweite ist, der vielleicht als Rebic-Ersatz in Anführungszeichen kommt und man ist sich sicher, der hat jetzt auch, glaube ich, schon wieder auf der Bank zumindest gesessen, dass er einigermaßen fresh wieder ist, wo er die Vorbereitung verpasst hat, dann ist er vielleicht einer, der uns dann ab Spieltag sieben helfen kann. Er ist aber trotzdem nicht das, was wir gesagt haben, dass wir den Stürmer Nummer eins weiterhin brauchen, suchen, haben wollen. Der muss halt direkt da sein eigentlich. Das kann sogar, das kann sogar, ich habe auch so dieses Modell im Kopf, das kann sogar irgendwie ein Spieler sein, der über unserem Niveau ist, wie Valejo damals, den wir halt ohne Kaufoption einfach ausleihen, weil der irgendwo runtergefallen ist oder irgendwie ein Jahr mal geparkt werden soll, was weiß ich. Das kann ich auch noch irgendwie in die Verlosung mit reinwerfen. Und natürlich, liebe Grüße an Herrn Mitchell, wissen wir, was Handgeld sind, aber das war ja hier nicht die Frage. Das ist gar die Frage, wenn wir 20 Millionen verbrauchen. Natürlich ist mir klar, dass Sturridge nicht sagt, ich will auf jeden Fall so ein, das gibt mir kein Geld. Ja, der wird jetzt auch nicht für ein allzu kleines monatliches Gehalt da auflaufen. Das ist alles klar, aber das war ja nicht die Frage vom Chancentod, sondern es ging darum, ich darf hier bei Manager-Spiel spielen und 20 Millionen rausballern. Das war ja die Frage, was wir mit den 20 Millionen machen. Also da ging es ja schon konkret um Transfers. Aber ja, genau. Naja, nee, das ist es. Also ich finde, da sind ein paar spannende Namen dabei. Verifizieren können wir davon leider nicht so wirklich viel. Aber ich denke, das ist auch eine Frage, die mir irgendwie erlaubt sein muss. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Frage vom Chancentod, die würde ich dann weiterhin da hinten anstellen, und zwar gerade, wenn es um dann das Spiel in Mannheim geht. Genau, bevor wir zu dem Spiel gegen Mannheim kommen, müssen wir natürlich zumindest kurz über das Spiel gegen Waduz sprechen. Ein, ich würde jetzt mal sagen, deutliches 0 zu 5 für die Eintracht. Ihr wart vor Ort in dieser malerischen Kulisse. Erzählt doch mal so ein bisschen zumindest von eurer Reise, weil ich glaube, über das Spiel brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber reden, aber zumindest die Reise und wie die Stimmung vor Ort war, würde mich interessieren. Ja, ich habe so ehrlich gesagt aktuell das Gefühl, dass wir relativ viele wunderbare, relaxte Auswärtsfahrten vor uns haben, beziehungsweise schon hinter uns, aber vielleicht noch vor uns, aber auf jeden Fall jetzt erstmal hinter uns. Sorry, ich kann manchmal vorne und hinten nicht ganz trennen. Sowohl Tallinn als auch jetzt waren einfach wunderschöne Reisen, wirklich tolle Reise. Und schöne Orte auch, ja. Schöne Orte und alles in der Relaxo-Atmosphäre, alles in der Gute-Laune-Atmosphäre, alle gut gelaunt, wir fahren da hin, keine Polizeikontrollen, keinen Stress, alles relativ freundliche Leute und manchmal ist der Preis für ein Bierchen ein bisschen teurer als anderswo, aber wir haben überall Sommer, Sonne und geilen Kick gehabt, muss man echt sagen. Und das war, also für mich diese Atmosphäre, ich würde da jetzt nicht ganz gerne wohnen wollen und dazu ist mir zu klein, aber allein diesen Ground gemacht zu haben, dieses Stadion, wie viele tausend Leute passen rein, keine Ahnung. Ich glaube, wenn die normalen Liga-Betrieb haben, war es irgendwas um die 8000 und in der Euro-League, weil ja keine Stehplätze sind, waren es irgendwie 6200 oder also recht, echt klein. Geil. Und es war so schön zwischen, zwischen einem wunderbaren Sonnenschein siehst du auf der einen Seite die Berge, der Rhein ist direkt an, direkt an den Nebel, waren am Rhein und auf der anderen Seite wieder ein Berg, schönes Wetter gewesen und irgendwie so ein relaxter Fußballkick oder genüsslich das ein oder andere Bierchen zischen kannst. Ja, es ist super. Also wirklich, das ist eine der schönsten Auswärtsfahrten von der Ortschaft auf jeden Fall gewesen, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen, das ist halt was ganz anderes als dieses, haben wir ja schon, glaube ich, bei Tallinn auch gesagt, du fährst auch nicht mit diesem absoluten Anspannungsdruck, den du als Fan natürlich auch hast, dahin. Also ich war, glaube ich, in Mailand viel, viel, viel nervöser, in London sowieso und in Roma dann auch und das sind halt trotzdem so, du ohne Arroganz zu wirken denkst du schon, okay, man könnte hier zumindest gewinnen und so fährst du dann auch dahin, wenn das Spiel dann auch so schnell so läuft, dann ist genau, was Maffin sagt, da ist ein Stadion und wenn du über die Anzeigetafel schaust, sind da irgendwelche Berge, du kommst in Städte, wo du sonst nicht unbedingt irgendwie direkt hinkommen würdest, Leute sind entspannt, das Wetter war geil, wir waren wie gesagt am Rhein, ich fand das richtig geil, also lustige Aktionen hat ja auch jeder mitgekriegt, dass dann irgendwie die Leute noch Zeit hatten und dann irgendwie so ein örtliches Beachvolleyball-Tournee gehijakt hat, wo dann noch eine Sondertribüne aufgebaut wurde, Bier nachbestellt wurde, absolut friedliche Stimmung auch, also so irgendwie lustig und die Leute vor Ort fanden es cool, du hast keinen einzigen Polizisten gesehen, also auch nicht irgendwie gar nichts, war wirklich alles sehr, 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 sehr gechillt, vielen Dank nochmal, Grüße an Julian, an unseren Fahrer, der hat das wirklich auch super abgerissen, dass wir da irgendwie fünf Stunden hin, viereinhalb Stunden zurück, also das war nicht so schlimm, wie man das sich hat vorgestellt vorher und wie Marvin es schon sagt, das mit Briga, Tallinn und jetzt war Dutz und hoffentlich Straßburg noch, das sind ja unabhängig vom Fußball auch schöne Städte, die du glaube ich mit Spaß auch einfach so mit deinen Kumpels bereisen könntest, würdest, wenn dann noch die Eintrachter spielt und gewinnt und du coole Leute hast und viele Leute triffst, das Bier auch gut schmeckt, dann gibt es schlimmere Momente im Leben eines Eintracht-Fans. Das Thema mit Straßburg sollte ja jetzt eigentlich auch nicht so das große jetzt mehr werden, also zumindest auf unserer Seite nicht. Ja, erst mal abwarten, das ist jetzt ein 1 zu 0, ich habe schon andere Spiele in die andere Richtung laufen sehen, ja, aber klar, es kann natürlich, es ist sehr realistisch, Straßburg, es wäre ja auch wieder ein Interessantes los, auch wie gesagt, die ein bisschen kleineren Städte auch so mal ein bisschen erreichbar, aber wie gesagt, schön, dass du nochmal Julian gegrüßt hast, Basti, super, dass er uns dann auch zurückgebracht hat, auch zu später Stunde, das ist alles nicht selbstverständlich, wir haben das innerhalb eines Tages haben wir das abgerissen, weil es war, es war im Endeffekt eine runde Kiste und ich finde es total schön, dass wir momentan die Chance haben, mit der Eintracht auch die kleinen Orte oder die kleineren Orte in Europa zu sehen, wie gesagt, Riga, Tallinn und jetzt auch das, das ist cool, das ist ein sehr guter, unterschiedlicher Punkt zu den Städten im letzten Jahr, könnte von mir auch so weitergehen, da nehme ich auch mal eine kleinere Großstadt wie Straßburg. Ja, das ist halt auch geil, wie die Stimmung halt trotzdem auch dort vor Ort ist, die Leute freuen sich ja auch auf die Eintracht, fern sich bisher auch nur Positives im Endeffekt als Nachbericht von dort gehört, also wir waren ja alles sehr zufrieden, ich weiß nicht, was hat denn dein Bier vor Ort gekostet, weil ich glaube, die Gastronomen waren auch wohl sehr, sehr mit dem Umsatz zufrieden, ihr habt es schon gesagt, nachbestellt, nachgeordnet, leer getrunken, trotz relativ hoher Preise, oder wie war das denn vom Preislichen eigentlich da unten? Wir sind natürlich in den Supermarkt gegangen und haben uns erstmal vor der Grenze, also in Österreich schon mal eingedeckt eingedeckt mit und überraschend im Supermarkt dort war es gar nicht so teuer, da konntest du dann auch irgendwelches Billigbüxenbier kaufen und im Stadion hat es glaube ich 5 Euro gekostet, wenn ich mich erinnere, richtig hinnere. Kostet bei uns auch, oder? Ich wollte gerade sagen, da bist du jetzt in den deutschen Fallen jetzt auch nicht so weit weg. Lange in Zeiten von Aramark und so ist das dann auch nicht mehr so krass. Ja, ja, also von daher. Es war nicht so krass wie erwartet. Marvin, ich war vorher auch beim Asiatenessen. Natürlich war das teurer als hier, aber das war jetzt nicht so dramatisch, wie was man vorher gehört hat, wo Leute von Lasagnen erzählt haben, die 28 Euro gekostet haben. Genau. Die wirst du wahrscheinlich da auch kriegen, die wirst du wahrscheinlich aber auch in Deutschland kriegen. Also das ist jetzt glaube ich auch nicht so ungewöhnlich. Natürlich ist es dort teurer, aber es ist glaube ich nicht so dramatisch, wie das vorher gemacht wurde. Sehr gut. Marvin es schon gesagt hat, so lange waren wir nicht da, als dass das irgendwie uns in die Privatinsolvenz getrieben hätte. Noch nicht. Das kann natürlich in der Summe dann kommen. Ja, genau. Wieder ins Halbfinale kommen und wird es langsam eng. Marvin und ich waren es auch schon drüber und halten heute. Hast du die Nummer von Peter Zweigert schon irgendwo bereit liegen und hast du schon eine Flipchart in deinem Wohnzimmer aufgestellt? Da war ich lieber dubiose Geschäfte. Okay. Also vielen Dank an alle Leute an Oswald Dutz. Das war echt eine schöne Angelegenheit. Selbst die Presse dort hat sich ja auch gefreut, die Ansässige. Also was man dann im Nachgang noch mitbekommen hat, war das ja auch ein positives Feedback, wo dann auch gesagt, Frankfurt über Rennes war Bad Dutz, aber alles in freundlicher Art und Weise. Ich glaube, das sind schöne Bilder gewesen und für uns eine geile Auswärtsfahrt. Ich hätte vielleicht sogar noch eine Nacht drangehangen normalerweise. Es wäre eine ganz coole Möglichkeit gewesen, um mal nachts noch ein bisschen Bad Dutz zu feiern und wahrscheinlich um zwei irgendwo in einem Feld in der Nähe des Rheins halb voll zu liegen und in die Sterne zu gucken und über die Sinnhaftigkeit dieses Lebens nachzudenken. Ja, auch ganz gut. Also insofern. Okay. Nur gut. Jetzt wird es tiefgründig. Jetzt wird es tiefgründig. Ja, das ist mal eine Pommes. So, weiter mal. Genau. Also, das war das Hinspiel, das Rückspiel folgt dann quasi übermorgen von heute oder wenn ihr das morgen hört, dann in knapp 24 Stunden. Wir spielen Donnerstag 20-30. Parallel findet dann auch eben das Spiel von Straßburg statt, wo es ja wesentlich enger aussieht, zumindest nach dem Hinspiel, als bei uns. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht so wahnsinnig großartig drüber zu sprechen. Wir haben allerdings auch zu dem Rückspiel, was ich jetzt hier gleich mit abhandeln möchte, eine Frage vom Abseitsläufer bekommen. Und zwar die Frage, was wir glauben, ob Hütter jetzt nicht nur bei den Spielern wechselt, sondern auch gleichzeitig mal so ein bisschen Systemtest vollzieht und vielleicht auch dann den komfortablen Vorsprung aus dem Hinspiel mal nutzt, um mal so ein 4-4-2 auf den Platz zu stellen, um zu gucken, wie das so anläuft. Würde ich jetzt persönlich nicht machen. Nee. Vor der Bundesliga nicht mehr. Das ist wie wenn du, das ist genau das Gleiche, wie wenn du in einem Länderturnier, WM, EM, die ersten beiden Gruppenspiele gewinnst, im dritten Gruppenspiel anfängst, da irgendwelche schonen und Tests zu machen und dich dann wunderst, dass du im Achtelfinale ausscheidest. Das kannst du... Es kann jetzt noch nicht das Ziel sein, Spannung rauszunehmen. Das muss dann, die Länderspielpause ist auch nicht so weit weg. Also das sollte jetzt alles noch zu managen sein. Ich glaube, über solche Sachen reden wir dann im Herbst, dass wir müde sind und tauschen. Ich glaube nicht, dass Hütter... Ich glaube ehrlich gesagt, das werden wir diese Saison sehr, sehr selten noch sehen. Also ich glaube, dass Hütter sich in der Vorbereitung, wie man sieht, entschieden hat, we'll go with Hasebe erst nochmal. Ja, nicht nur mit Hasebe, sondern es wäre für mich auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor, auch wenn wir jetzt schon vier Pflichtspiele hinter uns haben, ich finde die Automatismen in den Abläufen und gerade in diesen Passwegen funktionieren noch nicht. Und jetzt einen Systemwechsel zu machen, um das zu testen, bringt dir da einfach nur den ganzen Laden durcheinander. Ich würde das gleiche System und ich würde auch nicht so krass durchwechseln, einfach um die Chance zu haben, dass vor dem Bundesliga-Start am Sonntag diese Automatismen, da noch, schwieriges Wort, noch ein bisschen mehr ihre Leichtigkeit finden, noch so ein bisschen mehr im Muskelgedächtnis sind, weil gerade an dem Sonntag, an dem Spiel gegen Mannheim, wo wir ja gleich noch dazu kommen, hat man schon gesehen, das läuft noch nicht so jans rund. Es sind, glaube ich, tatsächlich eher feine Unterschiede, die da gemacht werden in der Ausstellung. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man Durm anfängt statt da Costa auf der Seite, weil hat er ja auch nicht schlecht gemacht gehabt jetzt hier. Oh, aber jetzt wollen wir ja nicht schon über Mannheim sprechen. Nee, noch nicht. Deshalb. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass situationsbedingt schon gewechselt wird. Mit dem Systemwechsel, denke ich aber auch, genau wie er sagt, das wäre zu früh, wäre zu viel und würde einfach nur unnötig Unruhe reinbringen. Und ich denke, dass tatsächlich die Situation von den Spielern her momentan auch noch ein Findungsprozess ist. Ein Kamada ist auch erst jetzt frisch wieder zurückgekommen. Du hast im Endeffekt da sowieso einen Chor, der jetzt eine tragendere Rolle spielen soll. Das ist, denke ich jetzt, dass die Spieler sowieso so ein bisschen den Faden, René, da gehe ich voll mit dir, die brauchen noch so ein bisschen die Spiele, die brauchen ein bisschen die Eingewöhnung, die Laufwege passen manchmal noch nicht ganz. Die Pässe kommen auch noch nicht so an, wie sie sollen. Ich denke, jedes Spiel, jede Minute, die die zusammen dann auf dem Platz stehen, bringt denen ein bisschen mehr Sicherheit. Und dann solltest du im Endeffekt das alles mit ein bisschen Tempo, vielleicht auch, wenn wir dann noch ein, zwei Tore gemacht haben und mal gezeigt haben, dass es funktioniert, dann kann man auch sicherlich nochmal ein bisschen durchwechseln. Aber ansonsten würde ich da jetzt einfach ganz normal rangehen, wie bei jedem anderen Spiel auch. Ja, genau. Ein paar Wechsel würde ich trotzdem machen. Ja, das ist ja was anderes. Ja, also, aber per Positionsgetreue Wechsel, ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht ein Marco Russ mal ein Euroleague-Spiel nochmal macht. Das ist, als Gegenwart Dutz, kannst du das jetzt auch nochmal bringen oder so. Gleichzeitig vielleicht, ja, Verlet vielleicht auch mal bringen oder sowas. Je nachdem. Also so, da kann ich mir den einen oder anderen Wechsel vorstellen, denn das hat sie auch gesagt, Durm-Kandidat, vielleicht machst du doch noch was mit Dika Thoreau oder so. Mal gucken. Juwelijic kann man auch durchspielen lassen. Juwelijic auf jeden Fall durchspielen lassen, der wird dann auch nochmal sein, das ein oder andere Tor machen, gehe ich mal von aus. Also so in diesem, in diesem Mädchen, ja. Ja, wenn man, wenn wir jetzt über die vergangenen Spiele zusammenfassend geredet haben, auf jeden Fall hier nochmal rausstellen muss, ist Filip Kostic. Für mich, Wahnsinn, ey. Ohne die drei Tore von Rebic jetzt eigentlich fast schon tief in die Rückrunde auch rein, das ist momentan fast unser bester Spieler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kostic ist eine absolute Maschine, ich bin froh, dass er da bleibt. Ich habe auch jetzt schon Angst vor dem nächsten Sommer, wo wir wahrscheinlich auch Gerüchte über ihn hören werden, wo es um Transfers im 40 Millionen Bereich geht. Geiler Typ, muss man sagen. Also bei, wenn man sich nochmal vor Augen führt, mit was für, weiß ich nicht, für Prognosen, der uns hier quasi angeboten wurde oder beziehungsweise was für Horrorszenarien von anderen Fans, von anderen Vereinen, die Wand gemalt wurden. Das ist komplett ins Gegenteil gegangen. Ich feiere den so krass, auch gerade, wenn ich an das Vaduz-Spiel denke, wo Marvin und ich auch auf der Tribüne teilweise echt gedacht haben, was ist das für ein geiler Typ. Und er hat ja quasi sowohl gegen Vaduz als auch gegen Mannheim quasi das fast identische Tor geschossen, wo er dann einfach mal so aus, was waren es, 23, 24 Meter, trocken, das Ding einfach irgendwo knapp neben den Pfosten da reinsemmelt. also schon geil. Wollte ich einfach nur noch mal sagen jetzt ohne komplette Zusätze. Aber Leute, geil ist das, was einen geilen Baba-Move halt auch im Endeffekt auch Bobic gemacht hat, ey, wir haben den für 6 Millionen fest verpflichtet. Das muss man sich auch mal geben. Ja, ist ein Spieler, der mittlerweile, glaube ich, einen extrem viel höheren Marktwert hat, allein durch die unfassbare letzte Saison. Und dass der jetzt auch jetzt wieder mit seinem Torriecher auch brillieren kann, jetzt drei Tore jetzt eigentlich schon in vier Spielen gemacht, ist super. Natürlich kann man sagen, ja, kein toller Gegner, bla bla bla, mach die Dinger erst mal so, weißt du? Seid so geil drauf. Also deswegen finde ich es super, hab große Freude momentan an Rebic und es zeigt sich, dass er auch in der zweiten Saison einen sehr guten Start hat. Ja, laut Transfermarkt.de momentan irgendwas größer 22 Millionen geschätzter Transfer, Wert. Transfermarkt.de hast du auf der Sofortwahl-Taste, ne? Wenn ich mit euch Hanseln hier rede, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Zu Recht. Zu Recht, genau. So, dann lass uns jetzt mal über diesen anderen sprichwörtlichen Elefanten im Raum sprechen. Wir haben am Sonntag gespielt gegen Mannheim, in Mannheim. Wie Basti so schön bei Fußball 2000 ausführte, sowohl die Polizei in Mannheim als auch der eine oder andere Eintracht-Fan dachten sich, Friedlichkeit holt man mein Bier und haben mal eben dafür gesorgt, dass Basti 40 Minuten am Bahnsteig warten musste. Ja, cool. Ich dachte, du wolltest also noch was sagen. Okay. Äh, was soll ich da? Also, wie gesagt, ich fand's unnötig. Was da, weiß ich nicht. Erzähl mehr, Basti, ich hab gar nichts mitbekommen. Also, es war so, dass wir am Bahnhof festgehalten wurden und dann, wie gesagt, eine Tochter von einem Freund von uns irgendwie da auch festgehalten wurde und sich drei Polizisten um die herum gestellt haben und da gab's Diskussionen, es gab keine Informationen, wann wir weitergehen durften. Manche hatten keinen Ausweis dabei und du hast wirklich das Gefühl gehabt, Leute, hier ist doch überhaupt nichts. Also, weißt du, ich hab jetzt, irgendjemand hat nicht, hast du uns nicht irgendwas weitergeleitet vorhin, René? Das hab ich auch nur überflogen, wo es gehieß, wir hätten dann Böller gezündet und ja, das war aber nicht in dieser Gruppe, die dann da festgehalten wurde. Ja, also, es muss wohl... Es tut mir leid, auch ganz ehrlich, dass das wirklich bei Fußballfans scheinbar eine Sondersituation ist, dass wenn einzelne Leute irgendwelche Sachen machen, staatliche Institutionen das Recht haben, komplette ganze Gruppen festzusetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da vergleichbare Dinge gibt, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Wenn jetzt ein Volleyballverein irgendwo rumfährt und einer kotzt in die Bahn, ob dann diese ganzen Volleyballer festgehalten. Ich weiß es nicht genau, vielleicht kann mir einer das schreiben. Aber das scheint so ein Sonderphänomen zu sein, zu sagen, ey, sobald nur einer von sechs, sieben, acht, hundert, fast tausend Leuten irgendwas macht, wird da das Recht irgendwie wahrgenommen, alle festzuhalten, grundlos. Die wussten auch untereinander gar nicht, was die machen. Ich sag zu dem einen Polizisten, den weißer Vorausstestätiger, ich hab nur so einen iClip-Popmann, ich hab keine Perso dabei. Hier ist meine Bankkarte, hier ist noch die Karte Fitnessstudio, Karte und die Karte. Hatte zum Glück meine Krankenkassenkarte dabei, wo ja neuerdings auch dann Bilder drin sind. Ja, das ist richtig. Und hab's dem gezeigt und dann sagt er, okay, geh durch. Auf einmal hält mich ein anderer Polizist, der eine andere Helmfarbe hat, der hat fest und sagt, die Helmfarbe darf mir gar nicht erlauben, durchzugehen, sondern wir müssten auf eine dritte Helmfarbe warten. Was ist denn das hier für ein System? Er hat einen blauen Helm, weißen Helm, ich muss aber auch von mir anders warten. Der war dann der dritte, der hat mich dann durchgelassen. Es war trotzdem, egal was da, das rechtfertigt für mich trotzdem nicht, dass wenn irgendein anderer einen Böller zündet, dass die mich und ein elfjähriges Kind aus meinem Freundeskreis so behandeln, das geht nicht, fertig aus. Also dabei bleib ich auch. Ja, ist ein bisschen. Da muss es andere Lösungen geben, tut mir leid. Ja. Ja, also ich kann deine... Also ein Freundschaftsspiel. Ja, so ist es, so ist es nämlich, ja. Aber habt ihr es noch pünktlich zum Anpfiff gepackt? Ja, ja, wir waren früh genug dort. Okay. Trotzdem ist das unangenehm, weil so eine Hitze 40 Minuten so ein enges Ding da oben steht. Ja, das steht vollkommen außer Frage und auch gerade dann, wenn da Kinder dabei sind. Also, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Ne, muss man echt nicht. Gerade bei so einem Fußballfest normalerweise wirklich etwas strange. Also, ja, ist ein bisschen unverständlich. Ich meine, da waren jetzt nicht irgendwie die Anzeichen irgendwie auf Konfrontation. Von vornherein nicht. Ich meine, klar, dass da der eine oder andere vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und mal irgendwie so einen Böller da irgendwie schmeißt. Ja, aber ich gebe Basti der Recht. Es macht einem für einen so ein bisschen den Eindruck, als in dem Moment, wenn man da als Fußballfan unterwegs ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie kontrolliert wird oder irgendwo festgesetzt wird, ist um ein deutliches höher, als wenn du da sonst irgendwie unterwegs bist. Ja. Also, es ist gefühlt so. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Man zeige mir Statistiken dafür oder dagegen, aber es wirkt zumindest so. Unbedingt. Lifehack, Basti, du weißt doch, bei so einem Mist sollte man immer einen Ausweis dabei haben. Auch wenn er eventuell am Ende des Abends verloren geht, dafür kannst du ihn ja günstig nachbestellen. Ich hatte meine Zeit lang tatsächlich zwei Ausweise, weil ich dachte, ich hätte meinen verloren, der wurde mir dann wieder geschickt. Habe ich nie aufgeklärt. Das heißt, ich hatte eine Zeit lang einen Saufausweis. Wie Dennis aber schon sagte. Geht auch der irgendwann verloren. Ja. Naja. Gleich beantrage ich aber. Saufausweis ist auch geil. Andere Leute haben nur ein Sauf-Handy. Ja. Ich beantrage vielleicht mal den Neuen. Der passt dann auch in mein neumodisches Popmann nicht hinein. Die sind aber teurer. Also, wenn du den verlierst, wird es teurer. Also, da würde ich erstmal den Business Ich will nichts mehr verlieren. Ich will nichts mehr verlieren. So, dann lass uns aber jetzt auch mal noch über das Spielerische reden. Es stand ja, dass die Zeichen vorher standen ja auf ein Fußballfest und ich glaube, für den neutralen Fan und auch für den Waldhof und für den Eintracht-Anhänger war es auch so. Das Endergebnis ist ein 3 zu 5 für die Eintracht. Allerdings muss man auch sagen, das, was Waldhof da in den ersten Minuten bis zum 1-0 in der dritten Minute abgeliefert hat, also, gefühlt waren wir dann noch nicht so richtig auf dem Platz. Nö, gar nicht. Am Anfang komplett geschlafen. Auch wieder genau dieser gleiche Überforderungstatbestand, den es schon mal gab, also auch beim letzten, also beim letzten Pokal, in der letzten Pokalrunde im letzten Jahr. Aber ich muss auch sagen, die Mannheimer waren extrem gut. Die waren extrem bissig, die hatten Bock. Suleimani ist da rumgerannt wie ein frecher Fuchs. Ja, du hast wirklich eine top-motivierte Mannschaft gehabt, der Mannheimer, die auch gemerkt haben, theoretisch könnte da heute was gehen und die wollten ein Fußballfest vorausverkauft im Haus und die haben sich die ersten Minuten halt deutlich wacher präsentiert und das Geile ist, was mir gut gefallen hat, ja, okay, ich kann natürlich jetzt geil sagen, aber was ich schon ziemlich geil finde, war die Tatsache, dass die halt auch einfach draufgehauen haben. Die haben jetzt nicht zu lange abgewartet, nicht zu sehr ihre Chancen, ja, wieder verdattelt, sondern einfach gedacht, okay, naja, nichts zu verlieren, hauen wir mal drauf. Ja, man muss aber auch schon dazu sagen, dieses 1-0 war halt auch schon einfach, ich meine gut, wir haben da auch mitgemacht und haben ihnen genug Platz gelassen, aber das war halt auch schon geil ausgespielt. Also da die Abwehr so und auch den Trapp sich so aus dem Tor rauszuziehen, ohne dass dann einer guckt, wer da im Rückraum noch irgendwie ankommt, um den Ball da querzulegen und das Ding da einzuschieben, also das haben sie schon clever gemacht. Sehr gut. Ja, ich tue mich immer trotzdem schwer, DFB-Pokalspiele irgendwie zu bewerten, weil das trotzdem Sondersituationen sind. Ja, ist richtig. Du bist als Bundesliga ist auch noch nicht in der Dings drin. Für die ist das das Spiel des Jahres, für Mannheim sowieso, die haben 60, glaube ich, 4-0 weggeflext. Das ist, glaube ich, dann ab und zu ist es halt so, dass du dann irgendwie, und umso krasser ist es, was zum Beispiel Augsburg nicht geschafft hat, dass du dann nochmal zurückkommst. Weil 2-0, ganz ehrlich, Hinteregger war wahrscheinlich wirklich noch betrunken bei dem 2-0, das war Wahnsinn. Da war der ein oder andere betrunken. Das war ja wirklich sehr, sehr merkwürdig. Das 2-0 war Wahnsinn, ja. Ich habe mir in meinen Augen nicht getraut, ehrlich gesagt. Aber dann ging es. Dann Kamada hat gezeigt, dass er scoren kann. Kostic wieder. Durm ist eingewechselt worden, hat viel Schwung gebracht und dann, über Rebic brauchen wir fast gar nicht mehr reden, hat jeder gesehen. der macht dann halt drei verschiedene Tore auch und eiskalt, geil. Ich fand es mega. Also ich fand es wirklich dafür, dass man denkt, okay, und ja, ich weiß auch selber und das, was mich dann immer so ein bisschen tatsächlich, ehrlich gesagt, nervt ist, dann liest du dann in Zeitungen, in jeder Zeitung wieder, ja, gegen Hoffenheim wird das nicht reichen. Ach, nee. Also, also, wenn Bayern so spielt wie in Cottbus, wird das auch nicht mal für die Hertha reichen. Ja, ist richtig. Das sind aber andere Spiele dann. Das weiß man vor dem Spiel dann auch hoffentlich. Also es ist, glaube ich, noch nie der Fall gewesen, dass du aus einer ersten Pokalrunde was ablesen konntest, weil wenn die Eintracht irgendwie eine Saison gespielt hätte, wie damals, als sie 3-0 in Auer verloren hat, als Trab vom Platz geflogen ist, wäre die Eintracht da abgestiegen und die Eintracht wäre auch letzte Saison abgestiegen, als wir gegen Ulm verloren haben. Und die Eintracht kann... Und auch die Bayern davor verloren haben. Ja, und also du kannst auch jetzt absteigen, obwohl du gegen Mannheim gewonnen hast. Also diese Pokaldinger irgendwie immer so taktisch einordnen zu wollen und wie der Personalstand und die taktische Entwicklung ist, damit tue ich mich immer sehr schwer. Deswegen überwiegt bei mir einfach nur die Erleichterung, dass wir diese Runde überstanden haben in einem einigermaßen spektakulären Spiel mit guter Stimmung und alles ist in Ordnung. Also das fand ich wichtiger, als die Diskussionen, ehrlich gesagt, die man danach hatte, von wegen, ja, Abwehr wackelig, Rebic lacht nicht mehr. Das verwundert mich teilweise so ein bisschen, erinnert mich aber an letzte Saison, als wir, wie gesagt, vom ersten Spieltag auch schon Hütter-Diskussion hatten. Also das ist sowieso so ein Punkt, der nervt mich in all diesen Diskussionen, dass da jetzt irgendwie nur auf einzelne Spieler geguckt wird. Wenn du dir die erste Halbzeit anguckst, war die ganze Mannschaft halt einfach scheiße drauf. Ja, da hat nichts so richtig gepasst. Das war ja auch das, was der, was Hütter jetzt im Nachgang relativ klar und deutlich gesagt hat, was ich auch extrem gut finde, dass er da schon klar macht, wo er die Probleme gesehen hat und was ihm da missfällt, aber auch auf der anderen Seite und das ist halt eben das viel zu große oder das sehr große Positive, sehr stark gewürdigt hat, dass die Mannschaft einfach auch erkannt hat nach dem Motto, ey, so kann es nicht gehen und sich in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert hat und da rausgekämpft hat und da lag es in der zweiten Halbzeit mehr an Einzelnen als für mich in der ersten Hälfte. Ja, bin ich voll bei dir. Ja, aber okay, also im Endeffekt wollte ich nur sagen, krass war halt die Situation, du schaffst es eigentlich kurz vor der Halbzeit noch das Tor zu machen. Gehst mit 2-2 raus, bist dann die spielbestimmende Mannschaft und dann geht in diesen ganzen Druck, insbesondere kurz vor, bevor im Endeffekt Mannheim das Tor gemacht hat, waren wir ja die drückende Mannschaft. Wir haben ja wirklich da richtig geilen Druck aufgebaut. Dann kriegst du das Tor und brichst nicht zusammen. Das war eigentlich das und ich glaube auch, das war der Punkt, den Hütter ja auch so rausgestellt hat. Er hat gesagt, meine Güte, da kriegen wir in unsere beste Phase, bekommen wir dieses Gegentor. Gerade, ihr habt es ja angesprochen, Mannschaften wie Augsburg und so weiter, die haben es dann alle nicht mehr geschafft, irgendwie den Weg zu bekommen. Wir haben es geschafft, haben mit Rebic sogar noch drei Tore gemacht. War einfach nur geil und das zeigt mir auch, dass die Mentalität stimmt. Klar, passen die Sachen manche noch gar nicht und mir ging es auch auf den Sack, dass die erste Halbzeit, das war wirklich wie ein roter Faden, dass du gesehen hast, wir waren super effizient, zwei Chancen, zwei Tore so ungefähr. Das ist was, was man positiv rausnehmen kann, aber der Rest war alles eher, boah, meine Güte, also klar, die Zeitungen haben recht, wenn du so spielst, kannst du die nächsten Spiele vergessen, aber dadurch, dass die zweite Halbzeit, wenn du dir die dann anschaust, da siehst du dann schon wieder, natürlich geht das. Genau, da sieht es ganz anders aus und die Mentalität stimmt. Die Mannschaft scheint auch intern, die sich nicht dann zu zerreißen und haben sich nicht Vorwürfe gemacht, warum, was ist da los, ist ja auch manchmal so, dass dann sofort das Rangel intern losgeht. Da scheint es auch zu stimmen, deshalb bin ich eigentlich beruhigt und sorry Marvin, jetzt, dass ich dir da ins Wort gefallen bin. Alles gut, überhaupt, mach mal nicht verrückt, du sprichst mir praktisch aus der Seele. Alles, alles vollkommen in Ordnung. Ich finde halt, was man ganz klar festhalten muss, ist, dass die Eintracht trotzdem auch nicht nervös geworden ist. Fand ich ganz spannend zu sehen, ja, nach dem 3-2, dass dann, dass dann hier der Offenbarer mit dem Sonntagsschuss da ankommt und dann das Tor seines Lebens wahrscheinlich gemacht, ja, war ein krasses Ding, hat mich persönlich beunruhigt, muss ich sagen, ja, da hab ich gedacht, scheiße, jetzt sind die rangekommen und waren gerade am Zug und jetzt passiert dann das, hab ich gedacht, scheiße, aber die waren ja weiter relaxed, die haben, glaube ich, ein bisschen an ihre, an ihre Stärke einfach geglaubt, haben gleichzeitig auch gewusst, okay, die Mannheimer, die laufen sich jetzt auch so ein bisschen ab, da kommen wir und dann hast du halt den Ice Cold Rabbit, der sich überhaupt nicht verrückt macht, die Dinger dann einfach einschweißt, ein bisschen Hass, noch aus der ersten Halbzeit mit sich rumträgt, war Bombe und das ist halt eine Qualität, die separiert ja auch, glaube ich, von einigen Jahren zuvor, wo es ein bisschen vogelwilder war und solche Dinge und das ist so schön, dass der Bassi das auch gesagt hat, die musst du in der ersten Runde erst mal gewinnen, ja, und natürlich Müsaham, Pipapo, andere sind gescheitert, andere mussten vielleicht einen Selfmeter schießen, da wurde es noch knapper, das hat die Eintracht nicht gemacht, die hat es am Ende in 90 Minuten auch eine hitzige, aber positive Partie in 90 Minuten entschieden und das, muss ich sagen, war auch eine Qualität, die die Mannschaft gezeigt hat und darüber hinaus war es halt ein geiles, geiles Fußballfest, es war einer der schönsten Fußballspiele, die ich in den letzten Wochen oder Monaten sogar auch im Fernsehen verfolgt habe, ich war ja nicht da, habt ihr dann dementsprechend gesehen, muss sagen, es war ein super abwechslungsreiches Spiel, der genau richtige Test für die Frankfurter Eintracht vor der Bundesliga mit einem gewissen Druck und gleichzeitig aber jetzt nichts Negatives und auch gleichzeitig noch aus wichtigen Situationen befreit, das hat mir richtig gut gefallen und ich fand es auch schön, dass Basti, das kannst du ja wahrscheinlich noch besser beurteilen als derjenige, der von uns hier vor Ort war, mit einer guten Atmosphäre und Fans, die sich gegenseitig ein bisschen bejubelt haben. Ja, also wie gesagt, die Stimmung untereinander war sehr, sehr gut, wie man es erwarten konnte, war ein schöner Tag, Wetter war auch gut, war für mich auch eine runde Sache, also muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich dann diesen negativen Nachklappen nicht so ganz verstanden, muss ich aber auch nicht und wir haben ja gemerkt, dass es diese Rebic-Nachricht, die wir eingangs gesprochen haben, auch schlimmere Sachen gibt und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Situation ja, den Donnerstag habe ich komplett fast ausgeblendet, muss ich sagen, der hat für mich gar keinen Wert, sondern der Sonntag ist jetzt da und die Bundesliga geht los und das ist Brot und Butter und das ist, worauf es ankommt bei allen tollen Europapokal- und Pokalsachen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil sowohl die Frankfurter Mannschaft kannst du noch nicht einschätzen als auch die Hoffenheimer auch nicht, also das ist wirklich ein Spiel, wenn du das jetzt tippen sollst, kannst du wirklich fast alles tippen, also das kann in alle Richtungen ausschlagen, weil du beide Mannschaften, glaube ich, und die Mannschaften selber noch nicht mal wissen, wo sie stehen, das ist jetzt wirklich das, was so über allem schwebt, so dieses, wer spielt wie am Sonntag, also das sind wirklich die Fragen, die uns die nächsten Tage jetzt umtreiben werden, da bin ich sehr, sehr gespannt und ängstlich zugleich. Bevor wir allerdings zu der Frage kommen, wer spielt wann und wie und wo und wie ist das Ergebnis von Sonntag, müssen wir vielleicht nochmal über den vergangenen Sonntag und über den Spieler David Abraham reden, da haben wir nämlich auch einiges an Fragen bekommen, wie wir seine Leistung da jetzt einschätzen beziehungsweise ob das nicht vielleicht auf lange Sicht gesehen auch eher dann eine Abwehr ohne Abraham ist. Gerade die Zweikampfquote ist eigentlich erschreckend für einen Abwehrspieler mit nur 33 Prozent erfolgreichen Zweikämpfen, das ist halt quasi nix. Ja, also die Sache ist genau, das ist mir da halt auch aufgefallen, natürlich haben wir eben schon festgestellt, dass man das allein und keineswegs an diesem Spiel, an diesem einen Spiel festmachen kann, aber gerade bei Abraham zeichnet sich ja eine deutliche Tendenz ab, die ich auch schon in der Rückrunde, am Ende der vergangenen Rückrunde gesehen habe, in dem ich nicht das Gefühl hatte, dass er die nötige Stabilität einfach in die Abwehr bringt und da würde ich persönlich ganz klar sagen, und das habe ich ja bei Fußball 2000 auch schon erwähnt, ich sehe ehrlich gesagt ein Dicker, ein Hasebe und auf jeden Fall auch ein Hinteregger vorne und ich habe das Gefühl, dass die Zahl von Abraham zumindest als ganz, ganz feste Größe da ein bisschen vorbei ist. Ehrlich gesagt will ich auch, dass ein Dicker durch die Saison mitgenommen wird, manchmal vielleicht geschleppt wird, aber ich sehe da die größten Chancen und mir fällt der Abwärtstrend halt bei Abraham relativ deutlich auf. Ja, also wäre auch meine präferierte Variante, ich glaube einen Hasebe brauchst du da hinten einfach noch, weil er einfach ja so diese Ordnung da hinten einbringt und ein Ndika ist aus meiner Sicht der perspektivische Stammspieler und den musst du da jetzt halt einfach auch, der braucht auch diese Spielpraxis, den da jetzt irgendwie immer wieder jetzt schonen zu wollen, im ersten Jahr habe ich das noch verstanden, aber jetzt muss das Thema halt auch einfach durch. Da hilft nichts. Ja, bei Abraham will ich es auch noch nicht zu früh bewerten. Natürlich teile ich die Bedenken, was seine Verletzungsansfälle, gerade seine Warte betrifft. Nichtsdestotrotz ist er trotzdem meiner, wenn er topfit ist, kann er trotzdem fast unser bester Endverteidiger sein. Man darf seine Schnelligkeit nicht unterschätzen, seine Erfahrung auch. Ja gut, die Schnelligkeit ist natürlich... Ich bin froh, dass er da ist. Ich bin einfach froh, über diese Entwicklung zu sagen, ey, wir können uns vorstellen, überhaupt ohne Abraham zu spielen. Das ist für mich der Take, den ich dazu habe. Zu denken, man kann sich vorstellen, dass Hinteregger Ndika und Hasebe hinten spielen und Abraham sitzt erstmal auf der Bank. Und da siehst du, wie geil wir hinten mit einer Geile hinten in der Vertreitigung aufgestellt sind. Das ist das, was uns vorne im Sturm fehlt. Das haben wir hinten eigentlich. Das ist, wenn Hasebe Probleme hat und da im Endeffekt mal einfach ein bisschen seine Wehwehchen hat, du kannst es kompensieren. Du kannst Abraham, kannst du mal kompensieren. Natürlich, wenn alle ausfallen, ist klar, dann geht nichts. Aber das sind eigentlich diese Ideen, die wir auch, vorhin war, glaube ich, ja auch das Thema. Die Frage, kann man sich vorstellen, irgendwann auch mal mit einer Viererkette zu spielen in der Saison? Natürlich, warum nicht? Du hast das Potenzial, die Spieler sind eigentlich verfügbar, du bist breit aufgestellt, du kannst da was bringen. Zum Thema Abraham, Basti, da schlage ich voll in das gleiche Kerbe. Das ist jemand, der, wenn er fit ist und wenn er wirklich, ja, ich sag mal, ich glaube, er muss sich auch motivieren am Gegner. Ich glaube, das ist auch so was, das ist jemand, der muss 110 Prozent geben. Das ist eben genau das Problem, wenn er dann im Endeffekt, ja, hast du was tutzt oder hast Mannheim da, vielleicht ist dann im Endeffekt da nicht so die Motivation da. Auf der anderen Seite sehe ich es so, das ist jemand, der uns wirklich sehr gut weiterhelfen kann. Auch in der Europa League wird er noch wichtig werden, für uns denke ich zumindest, wenn wir dann schön in die nächsten Runden einziehen, ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Spieler. Eine Zukunft ohne Abraham, wahrscheinlich, altersbedingt, wird es irgendwann so weit sein, aber ich denke, wir werden noch ein bisschen Spaß mit ihm haben. Ja, denke ich auch. Ich denke, da werden, Marvin hat es glaube ich eingangs auch schon mal gesagt, es werden genug Spiele kommen, wo jeder seine Spielzeit kriegen wird. Unter anderem auch Abra, glaube ich. Ich würde da jetzt nicht noch eine Diskussion aufmachen, muss ich sagen. Ja, also ich würde, wenn es darum geht, wenn ich am Start gegen Hoffenheim spielen lassen würde, würde ich trotzdem eher einen Dicker stellen. Also das ist ja jetzt auch keine große Diskussion. Das ist dann einfach mein persönliches Gefühl, dass ich mit dem Dicker momentan besser fahren würde. Da gehe ich auch sogar mit, aber ich meinte jetzt nur, dass man sagt, Abraham ist jetzt irgendwie, also ich hätte zumindest keine Bauchschmerzen, wenn er spielt. Das muss ich sagen. Also klar. Genau, wir arbeiten ja auch nicht nur mit drei Spielern, sondern wir haben auch einen defensiven Verbund, der aus mehreren Spielen in Grat mit höherer Belastung besteht und da, wie du gesagt hast, kommt jeder zu seinem Zug. Ja, aber wenn mir jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt wird, würde ich Dicker sagen und sofort wegrennen. Jetzt aber ganz kurz, dann ist aber so ein bisschen die Frage, warum hat denn Dicker keine Spielzeit bekommen in den letzten Spielen? Gute Frage. Keine Antwort. Ich weiß es nicht. Was hast du gefragt? Warum hat denn Dicker keine Spielzeit bekommen in den letzten Spielen? Kann ich zwar sagen, gleichzeitig, Mann. Sorry, Marita. Nee, nee, alles gut. Ich glaube einfach, dass ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen Verunsicherung innerhalb der kompletten Defensive dann da war, weil du auch echt Ergebnisse eingefahren hast, die nicht zufriedenstellen waren. Und ich kann dir auch nicht genau sagen, warum er am Ende nicht mehr gespielt hat, weil die Leistung des Defensivverbundes war ja, weiß Gott, nicht mehr so gut. Wo wir ja auch, ich meine, Dennis, wir gehen gemeinsam ins Stadion, wo wir uns ja auch gesagt haben, warum lässt er den nicht mal spielen? Soviel schlimmer kann es jetzt auch nicht mehr werden, als dass du dich jetzt selbst von Mainz irgendwie abkochen lässt. Mir ist zwar klar, dass du im Endeffekt, wenn du jetzt den Endicker nicht von Anfang an bringst und im Endeffekt du eher versuchst, vorne ein bisschen in der Offensive zu wechseln, das ist schon auch klar. Klar kannst du nur dreimal wechseln, dadurch ist er im Endeffekt dann so ein bisschen auf der Bank gefangen gewesen, ist aber natürlich ein bisschen schade, ihm da nicht zumindest mal gerade diese Spiele haben eben noch mal ein bisschen andere, einen anderen Flair als das Bundesliga-Geschäft. Ich hätte mir gehofft, erhofft, dass er mal ein bisschen Spielzeit bekommt. Ich bin gespannt für den Donnerstag. Vielleicht sehen wir ihn ja da wirklich mal auflaufen, Marvin, vielleicht geht es in Erfüllung. Aber schauen wir mal. Ja, hat mich auf jeden Fall auch irritiert. Bin ich vollkommen bei dir, war irgendwie ein bisschen eine merkwürdige Situation, wo ich dann gedacht habe, naja gut, weil er ja am Anfang, er überlegt ja mal, wie wir die ersten Spiele, natürlich gab es ja auch mal wieder Spiele, wo er nicht so gut gespielt hat, aber am Ende hat er ja über weite Strecken dieser Bundesliga-Saison eine richtige Baba-Saison gespielt und erst so der letzten Spiele, ja gut, na gut, gegen Augsburg hat er, da hat er glaube ich nicht so gut ausgesehen und das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo vielleicht auch Hitler so ein bisschen das Vertrauen verloren hat und danach hat er ja eigentlich kaum noch gespielt, ich glaube gegen Leverkusen noch, Robbe, das hat die ganze Zeit auch noch besser gemacht, also da waren halt echt viele unglückliche Situationen dabei, ich hoffe, dass er sich da jetzt wieder mehr in den Fokus bei Hüttec gespielt hat, weil, seien wir ehrlich, mega gerne ein Typ. Spiele, ich muss auch, also das ist auch mein Wunsch, dass er, zumindest hoffentlich, wenn dann im Laufe der Saison, dass er sich zum absoluten Stammspiel entwickelt. Das ist auch einer, das ist fast der wichtigste Innenverteidiger für unsere Zukunft mit, also so. Auf jeden Fall, liebt er. Weil er halt auch, was die Spieleröffnung betrifft, wirklich auch der Beste ist, muss man sagen, von denen, die wir da hinten haben. naja, schauen wir mal, ob er vielleicht am Donnerstag ein bisschen Einsatzzeit bekommt und vielleicht sogar am Sonntag und damit rechnen wir dann jetzt doch endlich über diesen Bundesliga-Auftakt, der für uns am Sonntag gegen die TSG aus Hoffenheim stattfindet. 15.30 Uhr, ein Heimspiel zum Start in die Saison und ja, Hoffenheim. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung mit Hoffenheim, sagen wir mal, minimal beschäftigt, also so die letzten fünf Minuten vor der Aufnahme quasi. Was hast du da rausfinden können? Erzähl uns. Dass Nagelsmann dort nicht mehr drin ist. Woher gang? Okay. Da hast du fünf Minuten gebraucht. Was hast du die anderen vier Minuten gemacht? Das möchte ich jetzt nicht aussehen. Nee, also ich habe mich mit denen echt wenig beschäftigt beschäftigt in der Vorbereitung. Neuer Trainer, ein bisschen Kader gerührt, Kramaric wieder da. Ich weiß nicht, auch schwer einzuschätzen, gerade jetzt, wie du schon gesagt hast, in so einem, jetzt, weil du aus diesen, aus diesen Pokalspielen echt wenig da jetzt rausziehen kannst. Die haben gegen die Kickers gespielt, sind ins Elfmeterschießen gegangen, aber das war jetzt auch, ja, wie du schon sagst, das ist jetzt eigentlich eine Nix-Aussage. Das bringt nichts Positives, nichts Negatives. Es ist halt ein Scheißverein. Ja, das müssen wir nicht mehr sagen, das weiß sowieso jeder. Das ist Punkt eins, dass man die sowieso probiert zu ignorieren, wenn man keinen Bock auf die hat. Da muss man einfach so ehrlich sein. Wenn man sich aber doch mit ihnen beschäftigt, weil die trotzdem, weil es gibt halt trotzdem geile Spieler, die da auch spielen. Das ist leider so, die Vereine sind dort und da spielen dann auch Spieler tatsächlich. Ich treffe jetzt hier wieder ganz gewagte Aussagen. Da spielen Spieler. Es gibt Vereine dort, spielen Spieler und unter diesen Spielern sind dann auch Spieler, die halt nicht ganz so kacke sind. Von denen haben sie aber einige verloren. Also Demirbay, Amiri sind gegangen. Ja. Und ja, Kramaric ist auch noch nicht ganz fit, glaube ich, oder? Kramaric ist, glaube ich, noch nicht ganz fit, aber. Es ist schon so, dass so ein bisschen so diese prägenden Figuren und der Trainer war wahrscheinlich die prägendste aller Figuren dort, dass die nicht mehr da sind und ich glaube, mit Skow ist ein interessanter Stürmer aus Dänemark gekommen. Aber ansonsten ist es ein bisschen ruhig gewesen. Der Trainer ist jetzt auch nicht irgendwie... Dieser Rudi-Wechsel war noch so ein bisschen... Ja, das reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ach du Scheiße. Also ich ganz ehrlich, ihr habt das jetzt auch so mitbekommen, muss ja sagen, ey, Rudi, den fand ich schon immer kacke. Bei allem Respekt. Ich fand es schon immer ein Scheißspieler gewesen. Geh mir von Anfang an auf den Sack und dann hat er mal irgendwie ein paar gute Jahre gehabt hier bei Hoffenheim und dann geht er dann jetzt noch weiter. Alles gut und schön. Aber meine Güte, hat nirgendwo dann wirklich was gerissen. Ich wollte gerade sagen, danach war das eigentlich für mich auch immer so eher so der Name, mit dem irgendwie viele Versprechen in Verbindung gebracht werden, die er wirklich nach dieser ersten Hoffenheim-Zeit nirgendwo einlösen konnte. Also wenn ich mir den angucke, verspricht es mir nichts. Wenn ich mir den angucke, verspricht es mir gar nichts. Auf jeden Fall nur die Chance, dass ich schnell weiterklicke. Es ist ja ein Nationalspieler geworden, das ist meine Güte. Also da siehst du auch, welches Schwabendilemma auch hier unser Nationaltrainer irgendwie auch hat, wo ich denke, musst du zwangsläufig nur so Gurken da reinholen. Erlöse dich doch mal von deinem scheiß Stuttgart-Komplex. Meine Fresse. Geh mir mega auf den Sack. Ja, nee, also das sind echt so, Spieler sind echt Anti-Fußball. Geh mir voll auf den Sack. Naja, wahrscheinlich schießt er jetzt ein Tor gegen die Eintracht. Nach deinem Gezeter muss das eigentlich passieren. Ja, aber das sind so, die bringen nichts für die Bundesliga. So ein Spieler, ja okay, von mir aus. Skop ist natürlich jetzt so ein Typ, was der Basti gesagt hat, ja, den hätten wir jetzt zum Beispiel auch ganz gern genommen, hätten wir uns nicht gern gegen gewehrt. Das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd gelaufen, um es mal so zu formulieren. Und der WB und das... Ja, aber man muss ja trotzdem auch sagen, die Spieler, die dann vorher da schon waren, die die nicht verloren sind, sind trotzdem gut. Die haben jetzt einen interessanten Trainer geholt, Schreuder heißt der, glaube ich. Ja. Den kennen wir jetzt nicht, aber zu was man so hört, könnte es sein, dass er zumindest einer ist, der auch einen Plan hat. Also du hast das Gefühl, Hoffenheim hat zumindest aus dieser Zeit, als man das Gefühl hatte, der gutgläubige Onkel Dietmar mit der Geldbörse vertraut irgendwelchen Leuten wie Andreas Müller, Holger Stanislavski, Markus Babbel und was weiß ich, wer da alles rum deletiert ist. Die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass die Wissenschaft mit Rosen auch einen wissenschaftlichen Ansatz wählen, da wo dann eben nicht mehr irgendwie Trainer wie Markus Babbel, der wirklich auch am Rande zu manchen Dingen ist, da nicht mehr Trainer ist. Und die haben auch Spieler, ich meine, man darf auf Bebou, darf man nicht vergessen, auch ein guter Spieler. Ja, stimmt. Das sind schon, ja, wie soll man sagen, da sind schon einige, Belfodil ist halt auch einer, der immer scoren kann. Da hat er euch so drauf getroffen. Also die haben nur, weil die jetzt so wirklich ein paar Cornerstones verloren haben, nicht alles verloren. Das heißt, wenn der Trainer die einigermaßen fresh macht, ist das ein Gegner, der echt schwer zu bespielen ist, dann darf man sich leider nichts vormachen, beziehungsweise ist das ein Gegner. Ich glaube, dass das die Mannschaft ist, die fast am besten diese 50-50-Nummer mit Eintracht beschreibt, weil die ein ganz ähnliches Niveau haben und eine ganz ähnliche Tabellenregion erreichen können. Klar haben die wahrscheinlich den wertvolleren Kader und vielleicht sogar ein bisschen, geben vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen mehr Geld aus und haben dadurch auch bessere Spieler, aber das gleicht sich bei der Eintracht, glaube ich, durch die Wucht des Vereins aus, dass die halt gar nicht haben. Also das ist halt wirklich so, weißt du, also die spielen ja quasi unter Ausschuss der Öffentlichkeit und wir haben es ja gemerkt, wenn man sich jetzt wirklich nicht mit denen beschäftigen muss, will man es auch nicht, weil die halt stinkend langweilig sind. Die Fans sind kein ganz Fairgrund, genau. Und einer dieser Vereine sind, die einfach nur nervig sind, weil sie in der Bundesliga sind und in der Masse langsam dafür sorgen, dass die Bundesliga dramatisch langweilig ist. Und ja, du spielst jetzt halt am ersten Spieltag gegen die, hast du wenigstens dann hinter dir, weil du, glaube ich, dann auch direkt nach Leipzig fährst, kann das sein? Direkt. Ja, dann hast du die beiden Schmutzvereine schon mal weg, das ist ja in Ordnung. Aber es hilft uns halt nicht, die Scheiße zu finden, weil beide Mannschaften und Leipzig sogar noch mehr eine gewisse Qualität haben. Sagen wir so, es gibt leichtere Auftaktspiele. Grüße nach Freiburg. Richtig. Ja, passt. Ja, blöd finden darf man sowieso immer jeden, worauf man Lust hat. Das ist, kann ja keiner einem absprechen, aber ja, hast schon recht, das sind so, für den Auftakt hätte man sich schönere Gegner wünschen können, definitiv. Ja, theoretisch ist aber Baumann auch immer für den einen oder anderen Fauxpas gut, insofern. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass wir die jetzt im Saisonanfang noch bekommen, hoffen wir mal, bevor die komplett eingespielt sind. Wie gesagt, es ist eine starke Mannschaft. Ich will so ein bisschen bedenken, dass die offensiv auch in Vincenzo Grifo bleibt einfach ein gefährlicher Spieler, an dem habe ich so ein bisschen in positiver Hinsicht den Narren gefressen. Der wird auch sich jetzt in dieser Saison, glaube ich, wieder ganz gut einfügen. Aber die Eintracht hat jetzt noch alle Chancen, denen auch ein bisschen Parole zu bieten und gerade zu Hause vor einer wahrscheinlich ausverkauften Kulisse ist. Das ist eine ganz geile Angelegenheit. Und ja, ich bin da nicht negativ. Hoffenheim, ja, brauche ich nicht und kann auch nächste Saison, kann nächste Saison wieder kommen. Aber halt in anderer Form. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch? Weil die Frage haben wir ja, deutete sich ja mehr oder weniger an, wie wir in dieses Spiel reingehen werden. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob der neue Stürmer, wie die eine oder andere Zeitung das geschrieben hat, direkt auf einer Startelf stehen wird und wie auch Patience das aufnehmen wird. Gehe aber ehrlich gesagt davon aus, ich hoffe sehr, dass Rebit spielt, aber da glaube ich fast so gar nicht mehr drin. Schwierig, ja. Ja gut, das ist natürlich jetzt so der große, der große Knackpunkt, was passiert in dieser Causa und wer kommt da eventuell noch oder vielleicht sogar zwei oder ist ja dann auch noch so ein bisschen, ja, schwierig. Also ich glaube, Offensive jetzt festlegen, ja. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, spielt man wieder mit Kamada? Gibt mir Gasinovic nochmal eine Chance, was ihr teilweise jetzt schon wieder schwierig war in den letzten Spielen, auch wenn er mal getroffen hat, das ist halt einfach, es bleibt das ewige Talent mit den schlechten Entscheidungen. Das ist wirklich, wirklich grauenvoll und Kamada meiner Meinung nach ordentlich. Muss man halt schauen, ob es dann gegen Hoffenheim schon reicht. Ich kann mir gerade vorstellen, dass Hoffenheim, glaube ich, für Kamada ein ganz geiler Kick nennen ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen passt. Natürlich sind die Hoffenheimer natürlich eine gute Defensive, aber vielleicht gerade so gegen so einen Vogt, der so auch so mal ein bisschen eine grobkörte Königer Innenverteidiger ist, den kann er irgendwie ein bisschen weich kochen. Kann ich mir schon vorstellen, dass er den irgendwie mal ganz nass macht. Denk sowieso, also ich kann ja jetzt nochmal meine Aufstellung sagen, wenn ihr das wissen wollt, keine Ahnung. Hinten Trab, Hasebe, ein dicker Hinteregger, dann kostet und da Costa, also da Costa, ja da Costa ist für mich erst nochmal gesetzt, ist aber ein ganz guter Punkt. Wir haben, der eine oder andere hat es ja uns auch geschrieben. Durm hat eine wunderbare Partie gemacht, als er reingekommen ist, hat für viel Wirbel gesorgt und ich finde es einfach mega geil, dass wir so eine Option auch auf dieser Position haben. Ja, sehr geil. Vielleicht ja jetzt am Donnerstag mal von Beginn an, da Costa ein bisschen schon. Mega geil, wäre doch super, ja. Und dann weiter vorne Toro und Rode, wenn Rode wieder fit ist. Weiß ich noch nicht, ob das genau reicht, wenn es reicht, würde ich auf jeden Fall Rode stellen, Kamada, ja und dann halt Rebic und halt der ominöse Mr. X. Okay, also Core fällt bei dir ganz raus, Marvin. Ja, 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 also ganz ehrlich, Core sehe ich momentan noch nicht auf dem Niveau, was mir gefällt. Ich fand die, also die Fehlpassquote zu hoch in den letzten Spielen. Ich fand, er redet viel, er macht viel, er tut viel für die, ja, für die Ordnung des Teams, hat aber den Nachteil, dass er selbst keine gute Zweikampfquote in den letzten Spielen hatte und zudem zu viel entscheidende beziehungsweise dramatischere Fehlpässe spielt und das führt mich im Endeffekt zu der Abwägung, die dann negativ zu seinen Gunsten ausfällt, also gegen seine Gunsten nicht zu sein. Okay, okay. Von Rode, ich habe gar nicht gehört, ob er schon wieder fit sein soll. I don't know, also so hundertprozentig dicht ist es noch nicht und wenn, dann würde ich, gut, wenn das nicht der Fall ist, dann kann von mir aus Core spielen, aber statt Fernandes. Ja, weil das wäre ja noch die Alternative eigentlich dann auf der Position. Toro und Fernandes ist natürlich schon sehr, sehr kompakt hinten. Nee, Toro und Fernandes würde ich glaube ich nicht machen. Also dann die Betten, Toro und Core. Falls Roden nicht. Ja. Ja. Ja, würde ich mich prinzipiell erstmal wohler. Ganz ehrlich, Heimspiel, Hoffenheim, da muss vorne eine Dreierbande rumlaufen, also meiner Meinung nach. Kamada, Rebic plus Mr. X. Gerne. Und dann Ja, das haben wir ja sowieso. Das hätten wir ja in der Barriere so. Ja, dann kannst du von mir aus auch mit Toro und Fernandes oder Toro und Core spielen, dann hast du halt dieses Spielrecht auf Kamada abgelenkt. Bin aber gespannt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Gacinovic spielt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Aufstellung. Kann nämlich auch sein, dass Rebic und Kamada vorne drin sind und du Gacinovic hinter den Spitzen hast. Wer weiß. Weiß ich nicht. Also ich habe gefühlt, würde ich momentan sagen, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen vorgespannt durch diese vielen Diskussionen, die da jetzt gerade ja um Kamada rauf und runter in allen erdenklichen Formen stattfinden. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er da momentan eher den Zuschlag bekommen würde als ein Gacinovic. Ja, gut, Basti meinte ja Rebic und Kamada vorne und Gacinovic dahinter. Ach so. Finde ich aber schwierig, weil Gacinovic ist im Endeffekt meiner Meinung nach einfach, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll, es ist für mich ein Einwechselspieler, der eventuell da nochmal ein bisschen Schwung reinbringen kann. Diese 90 Minuten oder auch im Endeffekt von Beginn an finde ich super schwierig, weil er einfach eine totale Unruhe mit meinen dämlichen Fehlpässe spielt oder seine schlechten Entscheidungen, wo er sich dann festläuft oder sowas. Es ist einfach zum Kotzen und das kann uns tatsächlich so ein Spiel dann auch kosten, wenn das zu früh passiert, wir überrannt werden und Hoffenheim hat dafür leider die Qualität im Kader, wenn du im Aufbauspiel gerade auf der wichtigen Zehner-Position kann es natürlich auch passieren, dass du im Endeffekt gerade mit allen nach vorne rückst, die außen auch mitgerückt sind, du im Endeffekt den Ball verlierst, dann klingelst halt ganz schnell mal hinten und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Gerade jetzt von Beginn an gerne, wenn wir 3-0 führen, können wir gerne Gasinovic auch noch mal bringen, ansonsten eher schwierig, finde ich. Ich bin da sehr gespannt. Zumindest, wenn man jetzt mal wirklich den aktuellen Hype rausrechnet, der hat zumindest schon mehr gezeigt als Kamala, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, man Gasino verteufeln sollte, viel wichtiger ist halt, wer vorne drin ist und wie man das Heimspiel angeht, weil ich trotzdem finde, dass man in dieser engen Bundesliga, zumindest im Mittelfeld, sehr, sehr breit ist, dass man zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen sollte, zumindest vorhaben sollte und da nicht zu ängstlich reagieren sollte, sondern, ja, aber ganz, ganz, ganz schwierig, also, die Konstellationen da vorne, die hängen wirklich von den nächsten Tagen jetzt ab. Geht Rebic, setzen die auf Paciencia, was ist mit Juwel jetzt, ist Kamala eine Option, ist Katschinovich eine Option, das wird unglaublich spannend, also das ist wirklich genau das und eigentlich sollte es so kurz vor dem ersten Punkt das Spiel eigentlich nicht mehr so unfassbar spannend sein, was eine elementare Besetzung betrifft, natürlich, der ein oder andere kann auch getauscht werden, erinnern wir uns einfach, wer hat den Auftaktsieg im letzten Jahr erschossen, das war auch Nikolai Müller, glaube ich, genau, der hat dann gar keine Rolle mehr gespielt, kann jetzt auch passieren, so ist es, so ist es, irgendeiner jetzt ein Torschieß, wo wir denken, na gut, der ist dann, danach hört man nichts mehr, also die ersten Spiele können natürlich sich noch ändern, ich sass mich, trotz habe ich jetzt durch diese Rebic-Gerüchte und dadurch, dass das Stimmen um eins noch nicht da ist, ein bisschen bedenken, die sind wahrscheinlich am Sonntag dann aber weg, weil, machen wir es nicht, dramatisieren wir es nicht zu krass, sorry, dramatisieren wir es nicht zu krass, wir können Hoffenheim auch mit Patience und Jovajic besiegen, so ist es nicht, sollte nur nicht auf lange Sicht so sein. Ich will nochmal ganz kurz was sagen, und zwar hat der Dennis ja auch erneut Kacinovic angesprochen, dass wir in den letzten paar Tagen so ein bisschen mitbekommen, ich finde es, ja, kann man immer drüber sprechen und ich finde, man muss auch ein paar gewisse andere Meinungen auch mal aushalten, also ich habe so ein bisschen in der letzten Zeit das Gefühl gehabt, dass es irgendwie auch quasi so ein bisschen verboten ist, irgendwie auch Spieler der Eintracht mal so ein bisschen anzusprechen oder auch mal ein bisschen kritischer zu würdigen, das muss möglich sein, also das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt irgendwie, ja, dass man sich dann irgendwie auch, sag ich mal, Fronten verhärtet und da gibt es natürlich die einen, die total überkrass auch einen Rebic kritisieren und alle fünf Meter irgendwie seine Launen kontrollieren, wo ich ihm auch nur am Kopf greife, ey, das ist genau der gleiche Spieler, der ja schon die ganze zwei Jahre war oder so, ja, und dann auf der anderen Seite muss es aber auch mal möglich sein, eine faktische Verschlechterung oder einfach Dinge, die nicht gut laufen, auch anzusprechen, genauso wie es einfach ein Fakt ist, dass Garcinovic öfter falsche Entscheidungen trifft, das ist ein Fakt, da gibt es auch, da braucht man nicht drüber reden, das ist so, wenn man das sieht, ja, und das heißt nicht, dass er kein guter Spieler ist, aber es muss gleichzeitig die Möglichkeit geben, genau solche Sachen anzusprechen, dazu, also da soll es diesen Raum geben, es gibt immer einen Unterschied zwischen einer, also einer Kritik, die, ja, sag ich mal, eher verletzend ist oder die, die drüber hinausgeht oder eine Schmähkritik, aber es muss auch möglich sein, Dinge einfach anzusprechen, das sollte im Raum des Sagbaren bleiben und da habe ich mich jetzt zuletzt über so die eine oder andere Aussage gewundert, die irgendwie gar keine Kritik zulässt, ich denke, das muss möglich sein, also das muss möglich sein, hast du mich vor dem Shitstorm jetzt bewahrt, Marvin, ja? Kann sein, weiß ich nicht, aber mir geht es im Endeffekt darum und gleichzeitig heißt es ja nicht und ich denke, am Ende ist es dann so, dass wir alle dann auf der Seite sind und sagen, ja, okay, wenn der Gacinovic die Chance bekommt, dann wird hier keiner sich wegdrehen, ganz im Gegenteil, wir haben ja eben auch eher positiv übergesprochen, Basti hat es ja angesprochen, da wird sich keiner wegdrehen und wird sagen, oh Gott, der Gacinovic, nee, Bullshit, dann wird über 90 Minuten, 95 Minuten gejubelt, da werden die Daumen gedrückt und dann wird wieder gesehen, was er reißt, weil wir oft genug schon gesehen haben, dass er Qualitäten hat, aber wie gesagt, es muss möglich sein, im Rahmen einer Diskussion auch sich mit Spielern kritischer auseinanderzusetzen, wenn wir das verlieren, dann haben wir ja auch eine merkwürdige Diskussion. Dann haben wir ganz andere Probleme. Das sehe ich auch so, weil wie Marvin es gesagt hat, diese Fehler, die er macht, kann man nicht wegdiskutieren und die machen einen auch wahnsinnig, sorry, also das bleibt auch so. Das heißt ja aber nicht, dass der die nicht abstellen kann oder beziehungsweise sich einen Spielstil angewöhnt, wo er dann eben sich verwandelt, im Sinne von, dass er probiert, irgendwie so ein vertikaler Spieler zu werden, das schafft er vielleicht halt nicht, weil er da irgendwie nicht die Geiste gefrischt hat, dann soll er halt so ein bisschen sein Spielziel auf Toni Kroos umstellen. Du kannst auch wichtig für eine Mannschaft sein, indem du viele horizontale Bälle halt irgendwie klug verteilst, sich gut bewegst und so und eben nicht immer wieder dann dieser Go-To-Guy bist, sondern halt vielleicht jemand, der nicht den letzten, sondern den vorletzten Pass spielt. Das kann er ja auch machen. Also er kann immer noch sich transformieren, auch als Spieler, egal, vielleicht geht er auch wieder auf die Außenbahn zurück, wer weiß. Ich wollte gerade sagen, also vielleicht liegt er auch gar nicht an dem Spielstil, sondern vielleicht ist es am Ende auch die Position, weil ganz ehrlich, mir hat er in vielen Fällen, wenn er mehr auf den Außen als in der Mitte gespielt hat, deutlich besser in letzter Zeit gefallen. Vielleicht ist es auch einfach der Fakt, dass man ihn zu lange auf einer Position hat versucht spielen zu lassen, die ihm halt einfach nicht liegt. Mag sein. Ja, also Möglichkeiten gibt es viele, aber ich gebe Marvin recht. Ja, die würde ich fast ausschließen, weil dafür spielt er schon zu lange dort. Also da hätte er sich auch vielleicht mal melden können. Ja. Vielleicht hat er es gemacht und man hat ihn mal immer informiert. Wer weiß es denn? Aber ich gebe Marvin recht und das ist ein wichtiger Punkt. Ein Diskurs und vor allen Dingen auch eine sachliche Kritik muss möglich sein und da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Das dürfen wir uns nicht verwehren. Punkt. Nö. Vier Jahre da, ey. Och, krass, ey. Ob lang, ey. Wahnsinn, ja. Mega, wenn du überlegst. Er hat so einen krassen Werdegang mitgemacht. Naja, gut. Gut. Die ganze Diskussion um den Herrn Rebic hat dem Herrn Bast hier ein bisschen auf den Magen geschlagen. Deswegen möchte er sich an dieser Stelle verabschieden, um kurz Luft zu holen, bevor er in darauf folgende Sendung, die ein episches Ausmaß am heutigen Tage in der Aufnahme annehmen werden, sich verabschieden möchte. Lieber Basti, danke, dass du heute da warst. Sonst werden wir uns bei Gelegenheit wieder. Dabei, dabei, wieder. Tschö. Ciao. So, damit haben wir, glaube ich, dann auch diesen Bundesliga-Hinspiel-Dings Auftakt abgehakt. Ich würde jetzt mal ganz diktatorisch entscheiden, dass wir auf einen Ergebnistipp verzichten, weil das ist jetzt so ein bisschen sehr viel Glaskugel da. Ich könnte jetzt keinen validen oder beruhigenden Tipp abgeben und von daher möchte ich euch das auch nicht zumuten. Fürs Rückspiel war Dutz auch nicht. Jetzt haben wir natürlich einen Basti verpasst. Guter Punkt. Man merkt, wir sind auch in der Vorbereitung bei uns. Stimmen die Automatismen auch noch nicht so ganz. Ja, nee, war Dutz auch nicht. Ich glaube, da ist auch quasi die Messe gesungen. Ab nächster Woche wieder. Das wird einfach ein geiles Spiel zu Hause, Sonntag zu Hause und dann ab der nächsten Woche haben wir auch hier wieder die volle Tipp-Breitseite am Start, würde ich sagen. Genau. Sehr gut. Was wir allerdings am Start haben, sind neue Kategorien und da müssen wir natürlich mal schauen, was passiert denn heute vor 20 Jahren und deswegen grabe ich jetzt hier mal den Jingle aus, der ist hoffentlich auf dieser Taste hier. Da ist er nicht auf dieser Taste oder er ist auf dieser Taste und mein Soundboard meinte nur gerade eben, es müsste diesen Jingle lautlos machen, was bei so einem Jingle halt auch wahnsinnig viel Sinn macht, wenn das lautlos ist. Also von daher jetzt nochmal hier neuer Versuch Abfahrt. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Ehrenhaus! So, heute vor 20 Jahren waren wir auch zwischen einer DFB-Pokal-Begegnung und einem ersten Ligaspiel. Ihr hattet in der letzten Woche ja schon angeteasert, wer der Gegner im DFB-Pokal in der ersten Runde für die Eintracht-Fahrungswahl war. War das der SC Werl? Das Spiel hat stattgefunden am 8.8.1999 und wisst ihr noch, wie das Ergebnis war? Selbstverständlich. Selbstverständlich, denn es ist dann deutlich gewonnen. Deutlich gewonnen. Wie deutlich denn? 4 zu 0. Hervorragend. Das hast du abgelesen. Das heißt, du weißt, kannst wahrscheinlich auch ablesen, wer die Tore geschossen hat. Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte es aber die Tagguckt gehabt, dementsprechend. Das 0 zu 1 wurde in der 22. Minute geschossen von Kracht. Das 0 zu 2 in der 57. Minute von Weber und danach traf noch zweimal ein gewisser Jan-Age-Fjordhoft. Thorsten Kracht, auch ein geiler Typ gewesen. Das ist ja mittlerweile Versicherungsberater. Das ist ein Kantenkopf gewesen. Den hast du nicht so leicht verwechselt. Den hast du definitiv nicht so leicht verwechselt. Oh, jetzt sehe ich aber hier gerade eine geile Ausstellung eigentlich auch. Ich trage mal auch noch mal vor, wer noch so gespielt hat. natürlich mit Nikolov im Tor. Ja, natürlich. Dann hatten wir Bindewald, Kracht, Raziewski, Zampach, Held, Jansen, Weber, Fjordhoff, Gimier und Salou. Also nicht schlecht. Okay. Wow. Das ist jetzt echt nicht so verkehrt. Krass. Zampach, ey. Gegen Verl hast du das gestellt. Also manchmal die beste Mannschaft auf den Platz gestellt. Nee, Wahnsinn. Interessant auf jeden Fall. Sehr geil. Sehr geil. Wie spannend das eigentlich ist. Zampach, ey, ist auch echt so ein merkwürdiger Fußballer gewesen, der eigentlich seine Karriere auch gemacht hat. Also mucho respektor und so. Ja, aber das hat schon krass eigentlich auch jetzt nicht kein Fußballer, der heute noch großartig viel Erfolg hätte. Würde ich behaupten. Nee. Aber ein geiler Typ. Aber ein geiler Typ. Hat irgendwann mal kennengelernt, also mit dem kann man auch echt gut babbeln. Er hat auch immer Lust. Und ist auch noch ganz gut dem Fußball verbunden geblieben. Ich glaube, er hat ja auch eine relativ lebhafte Geschichte gehabt. Ich glaube, hat er nicht mal seinem Bruder eine Leber gespendet oder irgend sowas? Ich meine mich da an irgendwas erinnern zu können, aber das ist sehr, sehr vage, die Erinnerung an dieser Stelle. Aber irgendwas in der Richtung geistert mir auch im Kopf rum, ja. Zampach, ey. Wer noch gespielt hat, sehe ich gerade, eingewechselt wurden noch Dombi, Falk und Gepard. Dombi, der Name sagt mir gerade überhaupt nichts. Tibor Dombi, nee. Tibor Dombi, Tibor Dombi. Ungarischer Fußballspieler. Okay, sagt mir echt total nichts. Immerhin 15 Bundesligaspiel gemacht. Ja, krass. Es ist total spannend, immer wieder mal in diese alten Dingern da zu kramen. Das ist krass. Hast du denn eigentlich, Dennis, hast du denn irgendwie einen alten Spieler? Ja, 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 da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht können wir gerade noch mal gucken auf den ersten Spieltag der Saison 99-2000 und dann müssen wir da ja auch noch. Und zwar ging es im ersten Spieltag gegen den SSV Ulm zu Hause. Wir haben auch damals schon zu Hause, ah nee, Quatsch, stimmt gar nicht, das war der 33. Spieltag. Ich klicke auf erster Spieltag und er springt auf den 33. Großartig. Diese Internetseiten, großartig. Nein, das erste Spiel ging gegen die Spielvereinigung Unterhaching. So rum ist richtig. Aber auch zu Hause. Also wir haben auch damals zu Hause begonnen. Okay. Welche Runde des nächsten Pokals, also welche nächste Pokalrunde haben wir dann gegen wen bestritten? Moment, jetzt muss ich wieder wechseln, weil ich natürlich jetzt hier schon in die Liga geswitcht bin, aber auch, das kann ich dir gleich sagen, wenn meine Erinnerungen mich nicht vollständig im Stich lassen, müsste es Köln gewesen sein. Der Vollständigkeit halber will ich das hier natürlich verifizieren. Ich schaue auch gerade noch mal. Und in der zweiten Runde hat die Eintracht gespielt, wenn ich sie hier denn gleich finde. gegen nee, in der dritten Runde. Wir haben in der zweiten Runde angefangen. In der dritten Runde müssten wir gespielt haben gegen Köln. Genau. Ah, okay, gegen Köln. Sehr gut. Da kommen wir aber erst im Oktober dazu, weil dann ist zweite beziehungsweise damals dritte Pokalrunde. Warum haben wir eigentlich damals in der zweiten Runde angefangen und nicht in der ersten? Waren das noch, war das in den alten Regeln noch so? Maybe. Wie ist man eigentlich nicht mehr wahrgenommen? Aber es scheint so gewesen zu sein. Wundert mich auch, ja. Aber du hast recht. Also, liebe Leute, vielleicht habt ihr ja, vielleicht wisst ihr ja, wie das kam, warum das so war. War das früher so regelt? Das machen wir vielleicht aus dem Fokus verloren. Ja, schreibt uns einfach und sagt uns mal, was die Antwort sein könnte. Weil irgendwie, okay, ich weiß es nicht mehr. Ich bin zwar damals auch schon ins Stadion gegangen, aber das war mir tatsächlich echt nicht mehr bewusst. Von daher wäre ich das auch, wäre ich da sehr gespannt, wenn der eine oder andere uns bis nächste Woche da ein bisschen Erhellung verschaffen kann und dann können wir das hier nochmal vortragen. Und wie wir ja letzte Woche gelernt haben, sind wir auch Großmeister der Call-In-Shows. Also wer einfach auch sagt, ich möchte euch das mal sinnhafterweise erklären, der möge sich doch melden, dann machen wir hier eine Erklärbär-Stunde in der nächsten Woche dann einfach. Perfekt, perfekt. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran, festzustellen, wie die Saison, die wir jetzt einläuten, also vor genau 20 Jahren, wie die angefangen hat. Genau. Und jetzt klicken wir auf den anderen Jingle, der jetzt dann hoffentlich mit mehr Lautstärke direkt kommt und sprechen über einen Spieler aus vergangenen Zeiten. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was? Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Und bevor wir jetzt dann gleich zu dem Spieler kommen, den diese Woche der liebe Dennis rausgesucht hat, möchte ich die Gelegenheit nutzen, wahrscheinlich jetzt schon zum achten Mal dem Rufen zu danken für diese geilen, geilen Jingles. Sehr stark. Das werde ich jetzt einfach auch konsequent die ganze Saison durchziehen, da muss er jetzt durch. So. So ist es, ja, genau. Und jetzt hätten wir gerne einen Spieler präsentiert, diese Woche von Herrn Dennis. Ja, sehr schön. Okay, ich gebe euch mal zwei oder drei Tipps. Drei schon? Was hast du da rausgedacht? Drei kleine Tipps. Er ist heute 39 Jahre alt. Okay. Er ist Grieche. Okay. Und er hat von 2010 bis 2012 bei uns gespielt. Also eine harte Zeit sozusagen. Ich habe Lieberopoulos gesagt, aber ich glaube, das passt nicht. Mein erster Gedanke war Amonetides, aber der ist länger dabei. Also die Position vorne ist schon mal nicht schlecht, aber es ist jemand, der deshalb, also wie gesagt, es ist nicht die älteste Geschichte, also in der jüngeren Geschichte bei uns gewesen, aber ich fand gerade diesen Zeitpunkt ganz interessant und also es ist Theophanis Gekas. Ah, okay. Der ist erst 39? Ja, der ist 1980 geboren tatsächlich. War auch ein bisschen verwundert. Ich dachte, der wäre kurz vorm Renteneintritt. Ja, das also, wie gesagt, er hat doch, er hat doch im Endeffekt erst in Anführungszeichen relativ spät mit Profifußball angefangen, so ungefähr. Nein, in wirklichem Fokus für uns ist er ja eigentlich dann erst gerückt, als er in Bochum aufgelaufen ist von Panathinaikos, kam 2006. Oh ja. Dann ja direkt bei Bochum eingeschlagen hat, eigentlich wie eine Bombe, war ja in der Saison auch Torschützenkönig. Ja. Also im Endeffekt wirklich in der Saison 2006, 2007 muss man sich mal überlegen und er hat ja schon immer so gespielt wie auch bei der Eintracht. Er war super effizient, denn er war super lauffaul und hat im Endeffekt Bewegungslegastheniker bis zum Umfallen. Und das hat er ja auch sozusagen, da habe ich ein paar Berichte ja gelesen gehabt, jetzt mal mich wieder damit befasst. Er hat ein paar geile Kommentare abgegeben, er war eher redefaul und hat im Endeffekt mal einen flapsigen Spruch gelassen, aber mehr hast du auch von ihm nicht. Also Interviewpartner wäre die Hölle gewesen, Gekas da auf der anderen Seite zu sehen. Nee, wie gesagt, interessanter Spieler, eigentlich in der Hinsicht nur, er war ja, seine beste Zeit hat er in Bochum gehabt, hat er ja auch im Endeffekt diesen Torschützenkönigtitel erhalten. Danach die Vereine mit Leverkusen, dann ja, war er ja im Endeffekt bei der Hertha als kurzes Gastspiel, nenne ich es mal, ist dann von der Hertha wieder zu Leverkusen und von Leverkusen zu uns. Man kann sagen, der war doch, glaube ich, nur verliehen an die Hertha damals. Genau, 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 genau. Der war im Endeffekt auch so ein bisschen Missverständnis, muss man sagen. Die Hertha ist, denke ich, in der Saison auch abgestiegen. Ich glaube, ja, ich glaube, es ist mit Gekas dann abgestiegen. Ich bin schon mal sehr wenig mit der Hertha beschäftigt, das zieht sich auch bis heute durch. Und deshalb, weshalb habe ich den Spieler eigentlich auch so im Fokus gehabt, der war ja auch so ein bisschen für die Misere bei uns dann unter Skippe mitverantwortlich. Erste Hinrunde, genial. Ich meine, er hat 17 Tore, ich lese gerade noch mal ganz, ich habe es mir hier in den Notizen, 17 Tore gemacht gehabt. Und wenn du da jetzt überlegst, er hat in der zweiten, in der Rückrunde, dann glaube ich nur noch zwei Tore. In der Hinrunde, er zielte Gekas in 17 Bundesliga 14 Tore und dann im Endeffekt in der Rückrunde machte er dann gerade mal in den 17 Spielen nur zwei Tore. Also da hast du gesehen, das hat ja dann am Ende auch nicht mehr gereicht, war im Endeffekt eine super schwere Sache für uns. Für mich auch ein System und das ist das, was ich eigentlich heute, gerade deshalb hat es auch heute so schön, dass wir suchen einen neuen Stürmer. Wenn Gekas gut gefüttert wurde mit Flanken und es hat alles gepasst, dann war Gekas geil. Da hat er funktioniert, da hat er sein Tore gemacht, er hat sich nicht viel bewegt, hat trotzdem im Endeffekt immer seine Dinger gemacht. Sobald das System nicht mehr funktioniert hat und die Mannschaft nicht mehr ganz so hungrig und ganz so geil besetzt war und die von den Flanken nicht mehr von Seiten kamen, war Gekas auch eine Katastrophe. Er hatte auch im Endeffekt so Sachen wie damals, weil ich doch gerade gesagt habe, mit Hertha BSC, da war, warum bin ich eigentlich hier? Ich bekomme ja sowieso keine guten Gäste. Das waren so Aussagen, die er, das sind so ganz kleine Aussagen, die er im Endeffekt gemacht hat, die einfach nur zeigen, er ist total auch überhaupt nicht bereit gewesen, da im Endeffekt mitzukämpfen, mitzulaufen. Einfach ein typischer Stürmer gewesen und da müssen wir einfach auch so ein System nicht wieder irgendwann hier auch in Frankfurt haben, wo wir sehen, wir sind absolut abhängig von einem Stürmer, der von Flanken lebt. Wir brauchen auch einen, der sich mal durchsetzen kann. Wir müssen Variabilität haben. Einfach interessant. Ansonsten noch schöne Sprüche gewesen, die er hier hatte, war, ich lasse lieber Tore sprechen, als die Kritik kam von Heribert Bruchhagen, der gesagt hat, er legt keinen großen Wert auf Kommunikation und das, was ich noch weiß, diesen schönen, den Spruch, den kannte ich auch noch, ich werde fürs Tore schießen bezahlt und nicht für das Reden. Es passt im Endeffekt wie die Faust aufs Auge und war ja auch dann im Endeffekt in der Nachzeit von der Eintracht war es eigentlich ideal. Er war dann eigentlich auch nur noch in der Türkei unterwegs, ist da ein bisschen hin und her getingelt, war nochmal, glaube ich, bei Levante zwischenzeitlich, das ist aber auch eher, eher, naja, wenig erfolgreich. Sion war nochmal eine Station hinten, das war in alles immer nur so Halbzeiten, wo du gesehen hast, er fühlt sich nicht wirklich wohl. Karriereende war bei SivaSport 2017, also noch gar nicht so lange her, 1.7.2017 und er ist aktuell, laut zumindest den Recherchen, die ich jetzt hier vornehmen konnte, vereinslos, ist aber wohl im Bereich Trainerwesen, will er tätig sein. Ob er es im Endeffekt, also im Profibereich, wohl definitiv noch nicht. Er hat eine Trainerlizenz, UEFA Pro Lizenz, da sind die Informationen, die wir von unserer Fukuhila-Legende, wenn du das ja überlegst, wie geil er bei Bochum damals auflief, später bei uns hat er ja schon zu wenig Haare gehabt. Er war schon ein bisschen dünner. Also es ist einfach eine feine Sache gewesen, ich fand einen super interessanten Spieler, hat so ein bisschen die Misere gezeigt, in der wir uns auch in der Zeit bewegt haben, er ist dann mit der Runde in die 2. Liga gegangen, dann war es aber auch schnell bei uns vorbei. Ja, einfach ein interessanter, Spieler meiner Meinung nach gewesen. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch ein bisschen schockiert darüber, dass der Kerl erst 39 ist. 48 Spiele gemacht, Tore, 23 Spiele, äh, 23 Tore. Was ich auch interessant fand, war, das war zu einer Zeit, obwohl er im Endeffekt ja wirklich uns sehr weitergeholfen hat, war er für, ja, ich sag mal stolze eine Million Euro zu der Zeit, 2010, jetzt nicht der, nicht der teuerste Transfer, aber auch nicht super, super, super billig. Also es ist so eine Zeit gewesen, da war nicht so viel los. Hab mal verglichen, also die Spieler, ja, hast du im Endeffekt ein Geggas Kaliber, zu dem Preis war völlig normal und so schlecht war er nun auch wieder nicht. Ne, ich meine, er hat ja auch durchaus ein paar Tore geschossen. Für die eine Million ist das, glaube ich, schon vom, vom Verhältnis her schon ganz okay. Gutes Preis-Leistungs-Feld. Auf jeden Fall. Es ist schon mega spannend, ich erinnere mich an Geggas, bei dem wir in der Hinrunde wirklich gedacht haben, der holt uns hier alles gerade vor dem Himmel. Meine Güte, wie geil ist das eigentlich? So ist es nämlich, genau. Ja, und der Rückrunde waren wir halt echt darbend, ja, mit nur einem Sieg, glaube ich, war es am Ende gegen St. Pauli. Und das Ding ist, er hat ja mehr oder weniger den Klassenerhalt trotzdem noch auf dem Fuß gehabt. Und zwar erinnere ich mich, dieses 2-0 gegen die Bayern, die sind Stolperer. Ja, genau. Der Alex hatte es gerade eben hier im Chat geschrieben, ich packe mal den YouTube-Link dazu, wer die Nerven hat, sich das anzugucken, packe ich mal mit in die Shownotes. Er hatte das 2-0 da auf dem Fuß. Sag ich ja. Ja, genau. Hätte er es 2-0 da gemacht, dann wäre die Sache, er hat ja auch die Vorarbeit zum 1-0 damals Sebastian Rohde gemacht. Das heißt, das war ja noch ein ganz guter Tag von ihm. Hätte er da dieses Tor gemacht. Ich meine, an der Endabrechnung wäre das zumindest der Relegationsplatz gewesen, aber du weißt ja nicht, wie sich deine Situation noch entwickelt hätte. Ich würde sagen, es wäre halt eine ganz andere Dynamik gewesen, die du halt komplett nicht vergleichen kannst. Und dann spielst du so eine Gurkensaison am Ende. Grauenvoll, ja. Die Rückrunde war so grauenvoll. Nachdem du in der Hinrunde gedacht hast, geil, 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 wenn es so weiter geht, Europa Cup, Europa Cup im nächsten Jahr und dann denkst du, scheiße, fuck, werde ich auseinandergebrochen. Richtig bitter. Richtig bitter. Zum Abschluss von dem Gekas-Thema würde ich noch ein einziges Zitat von ihm hier mitgeben und zwar Ich denke vor dem Tor nicht nach. Niemals. Das ist eine Gabe, die mir Gott gegeben hat. Dankeschön dafür, Theophan des Gekas. Er ist wirklich ein cooler Typ. Ja, muss man auch erst mal, also, muss man erst mal bringen. Er ist auf jeden Fall irgendwo dann doch sympathisch und hat uns auch viel Spaß gebracht in der Saison, die natürlich echt schwierig war und in zwei Songs dann. Das ist leider auch korrekt, ja. Lustigerweise schließt sich da ja der Kreis zu dem, was wir heute am Anfang der Sendung besprochen haben, denn es war genau das Jahr, in dem Cing Tozu in den gewechselten Jahr, dann erst so Gaziantep, wo er dann zu diesem guten Spieler wurde, bevor er dann zu Beziktas gegangen ist. Also insofern durchaus das Hand der Ansätze. Der Richard schreibt gerade eben noch im Chat, Daumen und das Gedankengefängnis von Gekas und dem dritten Bein. Das war auch noch so ein Ding, daran erinnere ich mich auch noch. Oh Gott, ich erinnere mich an viele der Saison. Das Gedankengefängnis, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Naja. Jüngere Geschichte. Jüngere Geschichte. Müsste es sogar auch schon Folgen von uns geben, dazu, zu dem Thema. Oh ja, auf jeden Fall. Also wer auch da mal in der, ins Archiv hinabsteigen will, der kann sich da glaube ich auch die eine oder andere alte Folge von uns anhören, aber wir haften für nichts von dem, was wir damals gesagt haben. Nur um das vorher klar zu machen. So, dann haben wir noch zwei kleine Dinge, nämlich eine gute Tat und vielleicht die eine oder andere Empfehlung, die hier noch gewürdigt werden muss, aber erst mal die gute Tat und dafür ist der Jingle exakt da. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause und unserer Familie in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständige Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, und unsere gute Tat der Woche ist keine neue gute Tat, sondern es ist eine Erinnerung und zwar nochmal an die Aktion Rettet Elliot. Wir hatten es vor, Marvin, hilf mir, drei Wochen? Ja. Ich glaube, irgendwie sowas an den Dreh. Schau mal, das ist der kleine Eintracht-Fan, der an einer, ja, was war es, so eine Art Krebs-Neuroplastom erkrankt ist, wiedererkrankt ist und quasi ja momentan Geld sammelt für die doch sehr kostspieligen und aufwendigen Behandlungen, die notwendig sind, die auch leider nur zum Großteil im Ausland gemacht werden können und von daher da einfach auf Spenden angewiesen ist und deswegen möchten wir an dieser Stelle nochmal drauf hinweisen, weil wir es nach wie vor für eine sehr wichtige und gute Aktion halten. Ja, guckt es euch an, wenn ihr noch nicht gespendet habt, noch nicht das Thema unterstützt habt oder erzählt es einfach auch weiter. Das hilft ja auch immer sehr gut, wenn ihr schon gespendet habt oder falls ihr nicht in der Lage seid, dort zu spenden, was ja auch durchaus möglich ist und auch kein Vorwurf, ja, dann erzählt es doch einfach weiter. Ich glaube, das ist so eine Aktion, die auch einfach davon lebt, wenn man sie des Öfteren da nochmal drauf hinweist. und dann kommen wir zu den Empfehlungen. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Absolut geistert, chill-out-Musik. Dankeschön, ja. Ja, auch das ein sehr, sehr geiler Jingle. Ich habe tatsächlich zwei Empfehlungen, also eine komplette und eine so, ich würde es jetzt mal Anfänger einer Empfehlung nennen. Anfänger einer Empfehlung. Anfänger einer Empfehlung, genau. Die Kompletten Empfehlung geht an das Crowdfunding-Projekt des HFC Falke. Grüße gehen raus an der Netfulla. Wer es von euch nicht mitbekommen hat oder die Aktion oder das Thema nicht kennt, der HFC Falke, ist ein Verein, der sich gegründet hat aus ehemaligen HSV-Fans, die damals eben im Zuge dieser Ausgründung gesagt haben, von wegen, wir haben keinen Bock mehr auf diesen durchkommerzialisierten Fußball und haben quasi ihren eigenen Verein in Hamburg gegründet, eben der so ein Fan-Verein sein soll und sie haben so ein bisschen den Struggle, dass es keine vernünftigen Plätze gibt, sie haben kein Vereinsheim, sie haben keinen Platz, sie mussten sich, sie haben auch von der Stadt, wenn ich so richtig gestanden habe, keinen gestellt bekommen, sondern mussten sich da auch teilweise auf eigene Kosten irgendwo einmieten, weil natürlich, wie haben sie es, sagen sie es so schön in dem Video, auf sie hat keiner gewartet, auch nicht im Amateurfußball, also die Plätze sind da rar, gesät und was sie halt im Prinzip aufbauen wollen ist, sie wollen eine Heimat haben, um Heimat zu bieten, eben für alle die, die keinen Bock auf diesen Kommerzialfußball haben, sondern wirklich einfach am Sport, wo vielleicht auch irgendwie Jugendfußball noch irgendwie entstehen kann und dafür wollen sie quasi, oder dafür sammeln sie Geld, nicht mit dem Ziel davon ein eigenes Vereinsheim komplett zu bezahlen, weil das wirst du am Ende des Tages nicht hinkriegen, aber um eine stärkere Verhandlungspositionen gegenüber der Stadt zu haben. Ich finde es eine ganz coole Aktion, könnt ihr euch da mal reinklicken und auch das wieder so eine Aktion, die eben von Propaganda und weiterempfehlen und weitererzählen lebt und weil wir das eine coole Aktion finden und weil wir die Menschen dort kennen und schätzen, wollte ich es an dieser Stelle einfach nochmal hier abwerfen. gut, dass meine volle Empfehlung und meine anfängliche Empfehlung, weil ich es noch nicht ganz gehört habe, ist die Rasenfunk Saisonvorschau, auch da wird über die Eintracht gesprochen, unerklärlicherweise auch über diese 17 anderen uninteressanten Vereine, aber ich glaube, das muss in so einer Saisonvorschau ähm sein und ich habe es noch nicht komplett gehört, aber ich war, ich bin aus zwei Punkten begeistert, erstens ist die Alice, Sportsland Alice mit dabei, was schon immer mal großartig ist und zum anderen, ich glaube, das war relativ am Anfang der Runde, sprechen sie über den VfL Wolfsburg und sie weiß direkt Max und den Herrn Escher da in die Schranken, also allein dafür ist das schon eine Empfehlung wert, wie gesagt, ich habe es noch nicht komplett gehört, aber wer sich da vielleicht über den ein oder anderen Vereinen auch noch vorab informieren möchte, kann da mal reinhauen, reinhören. Sehr gut, sehr gut, ja auf jeden Fall, Alice, macht immer Spaß, coole Sache, ja guckt dann. Genau, was habt ihr denn noch? Ich habe ehrlich gesagt keine Empfehlung, ich habe eher eine Frage an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr eine ganz gute Einordnung habt, die ihr mir zum Thema Eppstein, der ja problembehaftete Amerikaner, hat er sich jetzt an, ja, wie soll ich sagen, das Leben genommen hat, ich muss jetzt erstmal so sagen, ist jetzt ein hartes Thema, ich weiß, harter Themenwechsel, hat er über Fußball geredet und jetzt nicht mehr, aber wir haben das Themenfeld jetzt dadurch ein bisschen geöffnet. Wenn ihr da mir einen ganz guten Einblick geben könntet, vielleicht hat der ein oder andere einen Podcast zur Hand oder einen ganz guten Artikel, der das ein bisschen anfasst, würde ich es ganz cool finden, weil ich habe das Thema nur, ja, die ersten letzten Tage war ich so ein bisschen wie unter dem Stein, kann man sagen, also viel gearbeitet und habe das nur rudimentär mitverfolgt, vielleicht wäre es ganz gut, abgesehen da von diesen ganzen, sag ich mal, Verschwörungstheorien, die da rumflöten, sondern das gute Einordnung mir zu geben. Falls das jemand hat, immer her damit. Danke. Okay. Kann ich dir echt überhaupt nicht mithelfen, aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, unter unseren Hörern, Hörerinnen könnte es da vielleicht den einen oder anderen geben, also wer dem lieben Marvin da weiterhelfen kann, der möge sich doch bitte entweder bei uns melden und wir schubsen es weiter oder direkt bei Marvin, die Kanäle sind ja bekannt. Und als du angefangen hast, hatte ich kurzer Zeit Angst, dass du jetzt jemanden suchst, der dir bei deinem Umzug hilft und Kisten schleppen soll. Nee, nee, da bezahle ich uns. Umzugsunternehmen. Nee, ja, ja, genau. Habe da Erinnerungen an das Umherfahren von Kisten. Genau, aber diesen Stress machen manchmal dieses Jahr nicht, das wird alles ganz... Dieses Jahr ist auch schön. Dieses Jahr. Mal sehen, im nächsten Jahr ist das vielleicht wieder ganz anders, aber in diesem Jahr mal nicht. Ja, genau. Sehr schön. Großartig. Gut, dann haben wir auch diese Kategorie rumgebracht und sind damit, liebe Hörerinnen und Hörer, leider am Ende der Sendung in dieser Woche angekommen. Der Dennis hat auch keine Umwelttipps. Stimmt, Dennis muss diese Woche noch Umwelttipps nachliefern. Hast du da was? Noch einen nachliefern, aber in letzten Wochen hatten wir ja schon einen kleinen Umwelttipp. Nein, das war kein Umwelttipp, das war, wenn ich das richtig gehört habe, war das nicht eine Forderung an die Bundesregierung, die du gestellt hast? Das ist kein Umwelttipp, lieber Dennis. Nein, 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 nein. Okay, dann habe ich noch einen Umwelttipp für euch. Ah, sehr gut. Wenn ihr in diesem Jahr noch eine Kreuzfahrt geplant habt, dann erkundigt euch doch bitte mal, welche Technik dort verwendet wird, um voranzukommen, auch um entsprechend, ja, ist es Schweröl, wird im Endeffekt schon mit Gas betrieben, gefahren. Also es gibt sehr viele Sauereien noch, gerade in dem Bereich Schweröl und schlechte Filter. Das ist eine Riesensauerei. Diese Kreuzfahrtschiffe sollte jeder meiden, der kann. Es gibt da noch eine andere Thematik. Erkundigt euch auch in dem Bereich. Haben diese Schiffe eine Möglichkeit oder nutzen die, wenn sie angelegt haben in einem Hafen, die Infrastruktur, die ihnen da zur Verfügung gestellt werden kann, heißt Strom, Wasser etc. Oder, und das ist heute immer noch die Regel, Leute, das muss man sich überlegen, wird dauerhaft im Endeffekt weiterhin Schweröl verbrannt und im Endeffekt das Schiff selbst betrieben, autark, obwohl du wunderbar auch die Infrastruktur des jeweiligen Hafens nutzen könntest. Also schaut euch einfach, der Tipp ist hier oder die Empfehlung ist, erkundigt euch genau mit, was ihr da fahrt, was da los ist. Wenn ihr ein relativ gutes, wenn man das überhaupt bei einem Kreuzfahrtschiff sagen kann, gutes Umweltgewissen haben wollt, es gibt Alternativen, es gibt Möglichkeiten, da auch einigermaßen einen nicht zu krassen Umwelt-Footprint hinzulegen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn da einfach ein bisschen mehr Sensibilität da ist und die Empfehlung natürlich auch hier an jede Regierung, verbietet es einfach. Danke. Für mehr Paddelboote. Für mehr Paddelboote. Nein, verbietet einfach, dass die mit ihrem dämlichen Schiff im Hafen stehen und ihr dämliches Schweröl verbrennen. Die müssen einfach den Mist vom Land nehmen, meine Güte, als wäre das so schwer. Kostet halt ein paar Euro, aber gut. So geil, Öko Dennis Strikes Again, super. Öko Dennis Strikes Again mit Kreuzfahrten. Ja, jetzt habe ich übrigens auch mitbekommen, also ich kenne mich ja mit Kreuzfahrten echt gar nicht aus, aber da gibt es auch, also gibt es auch die mit Gasfahrten. Ja, 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 es gibt ganz neue tatsächlich, die jetzt mit Liquid Natural Gas, also NLG fahren und die sind deutlich, das verbrennt einfach viel sauberer. Du hast einfach nicht den ganzen Dreck, den du im Endeffekt in beispielsweise Schweröl hast. Der so typische Schiffsdiesel ist einfach super dreckig, super Mist und ja, dementsprechend jeder, der sich ein bisschen erkundigt, kann da auch die Informationen bekommen und sich auch seine Reise dementsprechend aussuchen. Meistens wird es natürlich nicht öffentlich, gleich gesagt, hier, wir sind immer noch die größten Säuer auf der Welt, weil wir mehr Umweltverschmutzung betreiben als jeder andere in 100 Jahren hier wahrscheinlich von uns. Nee, es ist wirklich, also ist eine Sache, die ein bisschen sensibler in der Öffentlichkeit hoffentlich auch thematisiert wird demnächst und dann sind wir doch allzufrieden, wenn wir da alle noch ein bisschen mehr drauf schauen, was wir da eigentlich machen. Geil, wieder was gelernt. Danke dir. Hervorragend, vielen Dank, Dennis. Schalten Sie auch in der nächsten Woche wieder ein, wenn es heißt Umwelttipps mit Dennis. So, jetzt machen wir aber wirklich den Sack für diese Woche zu, weil diese Sendung hatte alles, wir haben über aktuellen Fußball gesprochen, wir haben über alten Fußball gesprochen, wir haben über Umwelttipps gesprochen, wir haben Empfehlungen für euch. Also diese Sendung lässt hier erst haft keinerlei Wünsche offen, deswegen wünschen wir euch jetzt zum Schluss eine wunderbare Restwoche, einen wunderbaren Donnerstag in diesem Euroleague- Quali-Spiel, einen noch viel besseren Saisonauftakt am Sonntag im Stadion gegen die TSG aus Hoffenheim. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Macht's gut. Tschöö Hey, hey, es kann am Anfang, ey Hey, hey, es kann am Anfang, ey Hey, 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 hey Hey, 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 es kann am Anfang, ey Hey, 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 es kann am Anfang, ey